Ich hoffe, es geht euch allen gut. Leider wird es heute Sonntag, ein Tag Verspätung. Meine Wenigkeit konnte gestern den Termin nicht einhalten mit Bruder Hamza. Deswegen haben wir das heute auf Sonntag verschoben. Ich freue mich wieder wirklich sehr, dass wir heute Abend wieder gemeinsam sind. Ich hoffe natürlich, alle Mann gesund, alle wohl auf. Der Bruder Hamza ist heute Abend auch wieder bei uns, Alhamdulillah. Und wie wir schon anhand der Überschrift sehen können, wir würden gerne heute Abend die eine oder andere Video der sunnitischen Prediger einfach mal vor den, wie sagt man so schön, vorlegen und dementsprechend, eine Sekunde, Entschuldigung. Die eine oder andere Video vortragen und darauf würde der Bruder Hamza die Reaktion geben und dementsprechend auch antworten. Leider Gottes muss ich sagen, ich habe viel gesucht. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gesucht, Sachen rauszufinden im deutschsprachigen Raum von Predigern der Sunniten, damit wir dementsprechend dann auch darauf reagieren können. Es ist wirklich, also ich finde keine Munition mehr, welches man gegen uns schießen könnte, weil wir wirklich teilweise auf alles geantwortet haben. Aber nichtsdestotrotz, wie wir wissen, natürlich, Albatul weiß, dass es da draußen auch gläubige Geschwister gibt, und die gerade am Anfang sind auf der Suche und denen ist dieses Wissen wohlmöglich noch nicht herangezogen worden. Und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig für diese Arbeit auch, dass wir uns immer wieder stetig wiederholen, leider Gottes. Anhand der Videos, welche wir machen. Das heißt, wenn es für den einen oder anderen ein wenig Wiederholung sein sollte, da tut es mir wirklich sehr leid. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen und um auch wirklich die ganzen Scheinwahrheiten, Scheinlügen, welches gegenüber den Schieten herrschen und welches sich auf der Seite der Sunniten herrschen, die Scheinwahrheiten auf der Seite der Sunniten und die Lügen über die Schiiten, dass wir diese Dinge tatsächlich aufklären. Leider Gottes trauen sich die Prediger, der sunnitischen Prediger nicht, mit uns direkt in Debatte zu treten. Dann haben wir auch gar keine andere Wahl, diese Videos rauszusuchen, ihre Predigen uns hier öffentlich zu machen und dann auch live darauf zu antworten. Das ist dann eine Art und Weise, wie wir dann versuchen, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Weil wir wissen natürlich, dass die Zuschauer dieser Prediger, die werden sich natürlich auch unsere Videos anschauen. Und inshallah wird sich irgendwann mal dieser Groschen bei den sunnitischen Zuschauern fallen, warum ihre Prediger, warum sie nicht zu einem Dialog kommen. Warum sie nicht zu einer gemeinsamen Untersuchung kommen. Warum sie nicht zu einer Debatte kommen. Salaam alaikum Bruder Hamza. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, inshallah wirst du immer gesund bleiben. Das kann ich gar nicht so oft sagen. Wir freuen uns heute wieder mit dir gemeinsam hier zu sein. Ich würde gerne das Wort erstmal ganz kurz dir übergeben. Und danach können wir dann auch ins Eingemachte gehen und auf diese ganzen falsche 50er Prediger reagieren. Es freut mich sehr, dass wir uns wieder treffen dürfen. Alhamdulillah, dass wir gesund sind. Inshallah bleiben wir auch so, sodass wir auch die Kraft haben, weiter diese Botschaft fortzusetzen. Inshallah, inshallah, und dass wir jedes Ohr, inshallah, erreichen. Und ich freue mich auch, dass zwischen uns ab und zu auch sichtbare Sunniten befinden, die sich dafür interessieren. Und ich denke, dass die letzte Sitzung einen Effekt gehabt hat, sodass die Sunniten sich darüber Gedanken machen. Mehr oder weniger, einige zumindest, weshalb sie sich nicht trauen, mit uns zu debattieren. Und wenn wir lügen sollten, die auch das ausnutzen und unsere Lügen für die weitere Generation sozusagen, falls diese nicht schafft, also zu entdecken, also zu entblößen, also uns auf jeden Fall. Das liegt dann in ihren Interessen. Und ich würde an ihrer Stelle das tun, wenn sie wirklich sich in einer Lage befinden, zu behaupten, dass sie die Wahrheit vertreten. Ich freue mich nochmal, also ich sage das nochmal, dass ich mich freue, dass wir, Alhamdulillah, das schaffen, weiterzumachen, was Allah SWT nicht jedem ermöglicht. Also diese Arbeit ist die Arbeit der Gesandten und Propheten und Vermächtigten der Propheten. Und dass wir das machen dürfen, ist ein Segen Allahs. Deswegen, ich spreche meine sunnitischen Geschwister diesbezüglich an, dass sie sich trauen, dass sie sich hier nicht fremd fühlen. Vielmehr ist das ihretwegen gemacht. Sie sollen diese Situation ausnutzen und den Mut haben, ans Mikrofon zu kommen und sich zu melden, die Fragen in aller Öffentlichkeit zu stellen. Und wir erhoffen, dass wir sie auch beantworten werden, inshallah. Und ich übergebe jetzt das Wort weiter an Bruder Umid. Und ich wünsche mir, dass wir heute überrascht werden, inshallah, mit ein paar Fakten aus dem Münder der sogenannten sunnitischen Prediger. Dankeschön, Bruder Herz. Vielen, vielen Dank für dein Vorwort. Ja, ich würde sagen, dass wir direkt ins Eingemachte gehen, wenn es für euch alle in Ordnung ist. Ein Video, neues Video von Pierre Vogel habe ich erstmal für heute Abend vorbereitet. Kurzes Video, auf den wir eingehen können. Wie gesagt, die Informationen daran sind nichts Neues. Aber für den Zuschauer, der sich, für den sunnitischen Zuschauer, welcher sich dieses Video anschaut und nicht so lange dabei ist, für ihn ist es was Neues. Dementsprechend ist es unsere Pflicht, darauf zu antworten, damit es da draußen niemanden gibt, der denkt, dass auf diese Sache nicht geantwortet wurde, inshallah. Ja, eine Sekunde. Ich werde jetzt die Bildschirmübertragung durchführen. Das funktioniert so nicht. Moment, ich muss das nochmal korrigieren. Entschuldigung. Kann man was hören? Nein. Nein? Okay. So, Moment. Eine Sekunde. Nein, Gott. So, wie kann ich das jetzt ausmachen? Eine Sekunde, liebe Geschwister. Ich bin sofort soweit. Mein Gott. Ich bin sofort soweit. Ich werde erst mal ein anderes Video präsentieren, weil ich das Video von Pia Vogel gerade hier nicht hochladen kann. Das funktioniert aber gleich, was aber auch nicht schlimm ist. So. Und zwar diesen Abu Enes, den kennen wir, glaube ich, alle. So. Bismillah. Da gab es neben den Osmanen eine wichtige Stadt, und das war die schiitische, Rafe, das Safaviyer-Staat, das jahrelang mit den Osmanen gekämpft hat und sich mit den Russen und den Franzosen und Engländern angeschossen hat, um die Osmanischen Armee eine große Schaden geführt hat. Deswegen musste die Osmanische Armee von dem Westfront, von Europa sich zurückziehen. Warum? Weil die Safaviyer-Staaten in Persien, nun Persien war damals Iran und Irak zusammen ein Staat. Das heißt, Irak und Iran, Persische Reich war zusammen, wurde nicht separat genannt, sondern als Persien, als ein Gebiet genannt, und haben von dort Angriffe gemacht auf Osmanen. Aber keiner redet über die Schiiten heute. Heute werden die Schiiten gelobt Tag und Nacht, obwohl die Osmanen, der Sultan Kanuni, hat Fetwa rausgeholt. Der Sultan Yahu Salim hat Gesetze rausgebracht, dass die Schiiten sind Uffar, und dass auf denen darf nicht unterstützt werden. Und dass ihre Blut, hat damals gesagt, Fetwa, haben die aufgehängt, überall, dass ihre Blut ist Al-Han, haben die all diese Punkte erwähnt. Und die haben Gelehrten geschickt, mit den Schiiten zu Trennung zu kommen. Aber jedes Mal, die Gelehrten wurden von den Schiiten getötet, aufgehängt. Und keiner redet über diese Taten von den Schiiten. Sogar Schiiten werden heute als die Helden gezeigt. Hezbollah wird heute gelobt und wird nicht ihre wahre Gesicht gezeigt. Hezbollah ist heute gefährlicher als alle anderen Gruppen. Wieso? Weil sie im Namen Islam, Islam zerstören und zum Terror aufrufen und unnötige Blut vergossen haben. Und immer noch tun. Und genauso die Iraner. Heute werden die Iraner gelobt, gelobt. Aber in Wahrheit, was haben sie für Islam gemacht? Was für Nutzer haben sie für Islam gebracht? Gar nicht. Letztes Jahr im Hajj, als die irakische Sunniten zurückgegangen sind, wurden sie in Basra alle abgeschlachtet, wie Al-Jazeera gezeigt hat. Hunderte Filgare. Warum? Was war ihre Schuld? Nur weil sie, la ila Allah, Mohammed und Rasulah sagen, uns Sunniten sind. Deswegen, ihr Hass, der schiitische Hass ist sehr bekannt. Deswegen, wir reden heute, ja wir wollen nahe kommen, wir sind Freunde, wir sagen noch alle Islam. Aber in Wahrheit, sie hassen Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Sie hassen die Sunnah, sie hassen die Sahabe und sie haben sogar den Mut gehabt, Koran zu zerfälschen. Wenn jemand so viel Mut hat, sogar Allahs Buch zu zerfälschen, wie kannst du mit ihm eine vernünftige Sprache sprechen? Das sind Extremisten. Das sind Leute, die keine guten Absichten haben, weil wir sehen das durch ihre Taten. Ja Bruder, der hat jetzt natürlich in diese zwei Minuten, mashallah, viele, viele, viele Lügen wieder hintereinander, Hypothesen, Thesen und all das. Eine Sache, was mir auffällt, ich weiß, das gehört vielleicht nicht hierher, aber ich wollte das letztens schon loswerden. Mir ist bei den sunnitischen Predigern, zumindest im deutschsprachigen Raum, etwas aufgefallen. Bruder, woran liegt das, dass diese Ungepflegtheit, ja also wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich meine, wir dürfen nicht auf Äußerliches achten, das ist klar. Aber es ist immer, wenn ich mir jetzt von diesem Prediger seinen Bart anschaue, er ist doch ein Muslim und er sitzt da auf dem Podest, ja. Ich finde das schlimm, ich finde das schlimm und ich finde das, das ist so breitflächig, ja, so dass sie alle, also wenn wir ihn sehen, da gibt es noch diesen sunnitischen Prediger, ja. Das ist ziemlich ungepflegt, ja, davon jetzt mal abgesehen, das ist mir aufgefallen und ich verstehe nicht, woran das liegt, kann ich gar nicht nachvollziehen, ob das jetzt zu der Sunda gehört, dass man so ausschauen möchte, ja, oder ob das jetzt irgendwie selbst gemacht ist. Aber zu dem, was er gesagt hat, Bruder Herz, möchtest du dazu was erwähnen? Bruder, ich meine, alles was er gesagt hat, würde jedes Kind verstehen, dass das hier eine Lüge ist, dass wir gegen den Propheten Mohammed sind, dass wir geschafft haben, sagt er, die Schieden haben geschafft, den Koran zu verfälschen. Das sind Behauptungen, die normalerweise nicht der Rede wert sind, hier sie zu widerlegen. Also das, was er da macht, ist lächerlich. Und ich glaube, früher, also vor ein paar Jahren, also war er sehr aktiv, vor mehr als sechs, sieben, acht Jahren oder so, weiß ich nicht mehr, aber anders, jetzt ist er nicht mehr aktiv, ich weiß gar nicht, also ich höre nichts mehr von ihm, haben wir ihn zigmal widerlegt. Also das, was er sagt, ist nicht neu. Und das zählt auch zu dem, was der vom Letzten gesprochen hat, der kann sich da nebenstellen und so, dass die Leute dann auch nicht forschen brauchen, nur sie hören, um zu sehen, dass sie lügen, um zu hören, dass sie lügen. Und das würde reichen auch, dass sie dadurch auch hier mehr von uns überzeugt werden, inshallah. Also das, was er sagt, ich glaube nicht, dass das der Rede wert ist. Und es ist uninteressant, das waren alles Lügen, also dass so viele Pilger im Irak an einem Tag geschächtet wurden, und hat Al-Jazeera berichtet und so und keiner hat das aber mitbekommen. Ich habe noch nie gehört, dass Schiiten andere Andersgläubigen getötet haben und vor allem auch, dass er jetzt hier die Hezbollah erwähnt. Und deswegen, ich denke, das ist nicht der Rede wert, was er gesagt hat. Also darauf zu antworten ist, ich glaube, einfach nur hören. Das ist ein bisschen amüsant, sodass man hört, wie man ohne Rot zu werden lügt. Das würde mir mehr Spaß bringen, auf darauf zu antworten, als darauf zu antworten. Wunderbar. Gut, dann gehen wir direkt zum nächsten Video. Ein Bruder versucht gerade, dieses Video von Pierre Vogel mir fertig zu machen. In der Zeit schauen wir uns mal dieses Video an von Abu Rumaysa. Die einen sagen, sie sind Kuffar, alle satt. Und die anderen sagen, nein, es gibt Unterschiede zwischen ihren Gelehrten oder beziehungsweise denen, die Wissen haben, und ihren Laien. Allahu a'lam, ich spreche jetzt nur von meiner Erfahrung. Ich habe tatsächlich Schia getroffen, die jetzt keine Leute, die Ahnung von Taqiyah haben oder so. Ganz normale Schia, die sagen, nein, wir glauben nicht an sowas. Ja? Allahu a'lam. Deswegen, es gibt diesen Meinungsverschied. Und meiner Meinung nach sollte man immer die Hujjah geben. Natürlich machen sie Taqiyah. Taqiyah heißt, sie dürfen lügen. Das ist ein Fundament von ihren Fundamenten, ihrer Religion. Das heißt, sie dürfen lügen. Aber natürlich, irgendwann mal stellt sich das heraus. Das stellt sich heraus, dass er dann auf einmal, dass man hört, dass er beleidigt. Ich habe zum Beispiel einen Vorfall, ich meine, der Heliyah war so. Ich meine, der Heliyah war so. War ich mit einem Irak unterwegs und ich wusste nicht, ist er Schiit oder Sunnit? Und dann sage ich zu ihm, was bist du eigentlich, Sunnit oder Sunnit? Und dann sage ich zu ihm, was bist du eigentlich, Sunnit oder Sunnit? Und dann sagt er, warum? Sag halt, du so, im Irak bist du so nicht, um Schiiten. Dann sagt er mir, Schiit. So, ah, okay. Und wir waren auf dem Weg. Dann sage ich zu ihm, ja, wie ist das so? Also, ich habe gehört, Schiiten, die haben was gegen, so, 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 so. Okay, du sagst, er ist Schiit, aber der beleidigt jetzt nicht so harba oder so. So, da ist einfach so einer, der glaubt, okay. Ja, da geht das allgemeine Uhrzeit, wie bei anderen Uffar. Ich kann es mit ihm handeln, treiben und so weiter, ich kann es mit ihm, es ist keine Probleme, woanders. Al-Muhim, hier sagt der Scheich, er erwähnt eine Aussage, er erwähnt die Aussage von Mohammed, die wir auch gehört haben, wo er sagt, dieser Hadith ist schiit, bei Bukhari-Muslim zu finden. La-Tasubbu Ashabi beleidigt nicht meine Gefährten. Was haben wir gesagt, wer sind die Gefährten? Wer sind die Gefährten? Diejenigen, die an Abiyya-Muslim getroffen haben, an ihn geglaubt haben und Muslime gestorben sind. Sahaba, Abu Bakr, Umar, Uthman, Abu Talha, Ibn Abbaidillah, Abu Ubaidah, Ibn Jarrah und so weiter. Er sagt, La-Tasubbu Ashabi, das hat der Bruder eben erwähnt, wenn einer von euch im Maße von einem Berg von Uhud an Gold spenden würde, er würde niemals, niemals, niemals das Maß von einer Handfläche von ihnen erreichen und nicht mal die Hälfte von einer Handfläche würde er erreichen. Und dies war, dieser Hadith, wie der Bruder eben erwähnt hat, war ein Ereignis zwischen Sa'adim Abu Uqas und Khalid Mualid. Sa'ifullah, Radiyallahu Anhu, Sa'ifullah im Islut, der gezogene Schwert Allah, subhanahu wa ta'ala. Er hat es da war ein bisschen was und dann sagte er diese Aussage, salallahu alayhi wa sallam. Wie ist es dann noch mit einem, der die Sahabe beleidigt? Richtig klar, das war nur eine Auseinandersetzung zwischen den beiden. Nichts Großartiges, ja, für uns also, ja, nicht. Wie ist es dann noch mit jemandem, der sie beleidigt? Wie ist es dann noch mit jemandem, der sie für Gefahr erklärt? Wie ist es dann noch mit jemandem, der sagt, dass sie sinner getrieben hat, dass sie dem Propheten, salallahu alayhi wa sallam, untreu gewesen sind? Wie ist es dann noch mit den Leuten, die sagen, sie waren Munafikun? Ibn Uthamiya, salallahu alayhi wa sallam, sagt, er sagt, wenn du die Juden fragst, wer sind die besten Menschen nach Musa? Sie sagen, die Gefährten von Musa, alayhi wa sallam. Und wenn du die Christen fragst, wer sind die besten Menschen nach Isa, alayhi wa sallam, so sagen sie, die Himmah, Hawariyyun, also die Gefährten des Propheten Isa. Und wenn du die Schiehe rauhafig fragst, wer sind die Schiehe, die Schiehe, die Gefährten des Propheten, salallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. La Hawla, wa la Quwete, illa billah. Elmuhim. Weiter geht's. Dann sagt der Schiehe, Wal adilatu fil kitabhi wa sunati adidatuma kathira. Wal ihaad al kalami, vihaad al makam, bada hadihi, bada hadihi takaddimati, min wujuh. Und die, die, die Aussagen, die beweis dafür sind sehr, sehr viele. Ja, aber er nennt hier ein paar Punkte. Er sagt, der erste Punkt ist, dass man dauernd fest ist, auf dem, was man vorher erbitt hat. Das sind die Osohle, Suna, Osohle, Aqida, die Fundamente der Aqida. Deswegen muss man sich an diese Sachen halten, weil das ist die klare Aqida von Ahl al-Sunnah wa Jama'ah. Dann erwähnt er in einem anderen Buch, das auch Osohle-Sunnah heißt, von al-imamu, al-imamu binu Abi, Zamanay. Und es gibt auch Risale von Ibn Abi, Zayn al-Qarawani, rahimahullah. Auch Aqida, und dann Netli Ashabat, Tahawe. Al-Aqida tut Tahawe. Wer kennt Al-Aqida tut Tahawe, hennu? Ganz bekannt, bei vielen Gelehrten. Es wird viel gelehrt in den Universitäten und so weiter und so fort. Ein Buch, was die Glaubensinhalte von Ahl al-Sunnah wa Jama'ah, von den Sunniten, von den Leuten der Sunnah, erläutert. Ja? Und da auch Kapitel der Glaube an die Sahaba. Im Abi Zayn al-Qarawani hat Risale auch, was ist mit den Sahabern? Die Sahaba sind so, so, die besten, nach, Abbaqar, dann Umar, dann Ali, dann die Muhajirun, dann die Ashratul Mubasharun, dann die Muhajirun, dann die Ansar, dann so, 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 so. Und hier, in diesem Buch, erwähnt dieser Imam von As-Sikhdiyani, das ist auch ein Gelehrter. Muhajirun, das sind Gelehrter, möge Allah ihm wahren, ich kann es schenken. Er erwähnt, er sagt, gut zu hören, das sind grundlegende Religionen. Er sagt, man ahabba Abbaqari faqad akama al-Din, derjenige, der Abu Bakr liebt, der hat die Religion aufrecht erhalten. Und man ahabba Umar faqad awdaha al-Sabi, und derjenige, der Umar im Khattab, al-Faruq, al-Uhafz, derjenige, der ihn liebt, der hat den Weg klargemacht. Sein Weg ist klar, und er hat selber seinen Weg klargemacht. Und dann sagt er, wa man ahabba Uthmana, istazara binurillah, azzawajal. Derjenige, der Uthman liebt, der hält fest an dem Nicht-Allahs. Uthman ibn Affan dun-Nurayn, alledhi, testahhi minhu al-Malaika, der Besitzer der Zweilichter, der Mann, Ehman von Ruqayyah und Umdu Thum, der Mann, der war der Schieger, so ein Funghang zu lassen. Die Schia, die sagen, nein, die sagen, das stimmt nicht. Nee, nee, das waren andere. Das war eine andere Ruqayyah, andere Umkunftung. Nee, nee, das stimmt nicht. Bla, 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 bla. Ihr müsst euch eins merken, die Schia haben keine Essani, keine Überlieferungsketten, beziehungsweise keine starken Überlieferungsketten. Bei denen ist Rehruina. Bei denen ist nur durcheinander. Einige von ihnen Ja, Bruder, dieser Scheich, Maschallah, sehr jung. Ich weiß nicht, in welchen Tagen er seinen Scheich-Status bekommen hat. Ich habe ja mir sagen lassen, dass es bei den Sunniten ziemlich schnell geht. Ja, das soll so üblich sein, drei, vier, fünf, sechs Monate, irgendwie sowas, weiß ich nicht, vielleicht sogar noch früher. Dir hatte man ja ein Angebot gemacht, gehabt, drei Monate, aber das war ein Angebot, ja, also bei denen geht das schon, das ist der Normalfall. Bruder, er hat ja jetzt sehr viele Informationen gegeben und wieder nur Lügen. Also wir würden Aisha verfluchen, beziehungsweise wir würden Aisha-Sinner vorwerfen. Wir wissen alle, liebe Geschwister, das machen nicht die Schiiten, sondern das machen deren Sahaba aus deren eigenen Büchern. Ja, das heißt, die Sahaba, welche diese Leute verehren, haben letztendlich Aisha diese Sinner vorgeworfen. Ja, so. Wir würden irgendwelche Sahaba verfluchen und sie hassen und wenn man jemanden hasst, sagt er, dieser Hass wird irgendwann mal rauskommen. Ja, wir hassen diese Menschen, wir geben das ja auch zu. Wir nennen sie aber auch beim Namen. Wir sagen nicht Sahaba, sondern wir nennen diese Persönlichkeiten meinen Namen und wir sagen, welche wir hassen, welche wir nicht mögen, welche wir nicht folgen und so weiter. und so fort. Was mir aber aufgefallen ist als letztes jetzt gerade, Bruder, der hat, also man soll Abu Bakl lieben, man soll Omar lieben, man soll Osman lieben. Was ist mit dem vierten Khalif? Kommt das auch noch in seinem Schreiben vor, was er vorgelesen hat oder ist das bei denen völlig untergegangen? Ja, erstmal, ich frage mich, was das Tuch da auf dem Kopf bedeutet. Also entweder kommt er gerade aus dem Badezimmer oder hat er Kopfschmerzen, dass er das so festgebunden hat, weiß ich gar nicht. Und auch, ja, ich meine, er sieht ein bisschen gepflegter aus, weil er keinen Bartwuchs hat. Deswegen. Ja. Und ich kann am besten auf den größten Scheich von denen hier antworten anstatt auf ihn, nämlich Ibn Taymiyyah, den er selber erwähnt hat. Er sagt, Ibn Taymiyyah, Scheich al-Islam, sagt, wenn man die Christen fragt und wenn man die Juden fragt, wer sind die besten Menschen, sagen die, das sind die Gefährten von Musa. Nicht, dass ich wüsste, dass die Juden das sagen und auch selbst, wenn die das sagen, das würde niemals stimmen. Denn der Koran sagt was anderes. Das Gläubige sind sehr, sehr wenige da runtergeblieben, als er weg war. Und die Überlieferungen besagen, dass er über 750.000 Gefährten hatte, die alle abtrünnig geworden sind, bis auf sein Bruder Harun. Und vielleicht ein oder zwei noch dazu. Das heißt, wenn man die Juden fragt, dann würden die Lügen ja sagen. Ja, das sind die Besten, wenn sie sagen würden, dass die besten Menschen nach Musa seien seine Gefährten. Und wenn man die Christen fragen würde, wer sind die Besten, dann würden sie auch sagen, das sind die Jünger von Jesus oder die Gefährten von Jesus. Das stimmt auch wiederum nicht, denn Jesus hat sie mit Heuchler und Pharisäer bezeichnet, wo er mit ihnen gesprochen hat. Und wir wissen, dass zwei Verräter von zwölf, von seinen Anhängern gewesen sind. Und alle zwölf haben ihn auch im Stich gelassen. Das heißt, die Christen würden auch nicht die Wahrheit sprechen, wenn sie sagen, ja, die Gefährten von Isa a.S. seien die Besten. Also in den Augen von Jesus waren sie nicht die Besten. Und wenn man die Schiiten fragt, wer sind die schlimmsten Menschen auf dieser Erde, dann würden wir sagen, das sind die Gefährten. Da hat auch Ibn Taymiyyah gelogen. Wir sagen nicht, dass die schlimmsten Menschen die Gefährten sind, sondern wir sagen, die schlimmsten Menschen auf dieser Erde sind einige von diesen Gefährten und vor allem Abu Bakr, Umar und Osman. Also das heißt, Ibn Taymiyyah, Scheichl, Lügen, Lügenscheich, hat nicht geschafft, uns was in die Schuhe zu schieben. Und er übernimmt das eins zu eins und versucht hier die Leute das zu vermitteln, was Ibn Taymiyyah gesagt hat. Also hier wird Ibn Taymiyyah widerlegt, anstatt so ein Knaben. Und alles andere, was er gesagt hat, hat keinen Sinn. Also das sind hier Aussagen von den Gelehrten, die umayyadische Zuneigung haben. Und die sind also gar nicht so interessant. Und dass sie auch jetzt bei Osman aufhören, das ist kein Wunder. Denn bis Ahmad ibn Hanbal, bis der vierte Imam bei denen gekommen ist, nämlich Ahmad ibn Hanbal, waren die Kulafa und Rashidien bei denen drei und nicht vier. Ahmad ibn Hanbal hat damit angefangen, über den vierten Kalif zu sprechen bei denen und ihn zu anerkennen, Ali ibn Abi Talib a.s. Das heißt, bis 260 Jahren hat Imam Ali a.s. nicht als Kalif gezählt. So, und wir wissen auch, die großen, fast, also die, all ihre hochangesehene Sahaba haben Imam Ali a.s. Sahaba gar nicht abgelehnt. So, und er wurde umstritten, sagen wir. Also er ist umstritten gewesen, so dass die Mehrheit der Muslime ihn nicht anerkannt hat, weil sie unter der Führung von Muawiyah gelebt hat. Und er hat auch, er wurde von den Muslimen auch bekriegt, also von Aisha in der ersten Linie und dann von Muawiyah und letztendlich auch von den Khawarij. Das heißt, er ist nicht anerkannt gewesen als ein Kalif bei denen, bis Ahmad ibn Hanbal gekommen ist. Und Ahmad ibn Hanbal, wie wir wissen, der ist fast, also im Jahr 2220 oder 226 oder sogar später gekommen. Und das heißt, 200 Jahre, mindestens 200 Jahre lang hatten sie also nur vier recht leitende Kalifen gehabt. So, und deswegen wäre kein Wunder, wenn er hier mit, also bei Osman, mit seiner Lobung aufhört. Okay. Dann machen wir mal weiter. eine Rewaie, wo sie sagen, dass ein Esel von einem von ihren Gelehrten an den Khimar, an den Khimar, an den Khimar, an den Khimar, den Rasulillahi s.a.s. dass der Khimar, der Esel von Muhammad s.a.s. überliefert. wa'ayyadu billah, la la hawla wa la quwata illa billah. Die haben viele, viele Sachen, das ist einfach, es gibt einen Vortrag von Muhammad abdur Rahman Makhraou, dieser Vortrag heißt Hamakatul Shia, der heißt die Bekloptheiten der Shia und dann erwähnt er diese Sachen. Wallahi, Bekloptheiten, du lachst dich tot, was bei denen für Bekloptheiten ist. Achhi, bring einen, bring einen ein bisschen Stuhl für Abu Hamzah. Okay, klar. Wenn zwei Leute kommen, wenn jetzt der eine ist, der andere macht, so und der andere macht, so und der andere macht, so und der andere macht, klar, das ist kein Problem, setz dich stehen, bereite dich, ich fahre auf deinen Kamp, inshallah. Al-Muhim, ähm, wa'amn ahabba aliyyan faqad akhada bil urwatil ufraq und derjenige, der Ali liebt, der hat an der festesten Handhabe festgehalten. Al-Muhim, eine Regel auch nochmal, das sind alles Regeln, achhi, die müssen hier festsetzen, Regeln. Eine andere Regel ist, wer die Sahaba lobt, wer die Sahaba mit Gutem erwähnt, der ist frei davon, frei von was? Frei von Nifaq, frei von Kupfer. Der Bissloss sagt, ayatul imani, hubbul ansar. Ein Zeichen des Iman ist, die Ansar, die Helfer zu lieben, die Sahaba. wa'ayatul nifaqi, bu'udul ansar. Und das Zeichen des Nifaq ist, also von der Heuchelei, Kupfer, ist die Ansar zu hassen. Deswegen, derjenige, der sie lobt, ist frei von Nifaq, frei von Sandakar, frei von Ketzarei, frei von Schirk, frei von Kupfer. Und derjenige, der aber einen von ihnen beleidigt, einen von ihnen, herabwürdig, dass mindestens was sie sagen können, ist, dass er ein Mubzadeh ist, wenn nicht ein Käfer sind. Deswegen, Abu Zulat al-Razi, rahimahullah, einer der Tabi'in, der Tabi'in, also der Großgelehrten, derjenigen, die die Sahaba getroffen haben, er sagt, so wie der Bruder das eben erwähnt hat, wenn du einen siehst, einen siehst, der spricht, der spricht maßlos, oder der würdigt einen von den Sahaba ab, also der schätzt ihn herab, sei es Abu Huraira, sei es Muawiyah ibn Abi Sufyan, sei es Abu Sufyan, sei es Hind, Hind bin Tertwa, radiyallahu anha, sei es Abu Ubaidah ibn Jarrah, sei es der, sei es Juleybin, sei es Aisha, sei es Hafsa, sei es Umzulein, Rumaysa, sei es Anas ibn Malik, sei es, sei es, sei es, dann wisst du, dass er ein Syndig ist, ein Blasphemiker, ein Ketzer, ein Kafei, warum? Er sagt, und das, weil der gesamte Allah, ist Wahrheit bei uns, kein Zweifel, keine Lüge, kein Märchen, tausend und eine Nacht, wie bei den Schia, bei denen ist tausend und eine Nacht, schlagst du Al-Kafi, die haben Al-Kafi, das ist das authentischste Buch für sie nach dem Koran, nach ihrem Koran, weil, wie gesagt, die sagen ja auch, dass der Koran verfälscht ist, und so weiter, Al-Kafi, die sagen, wenn du Kafi aufschlägst, nur, Katastrophen, unter anderem steht in Al-Kafi drinnen, dass der Koran, den wir heute haben, verfälscht ist, Al-Muhim, er sagt, Rahimahullah, und der Koran ist bei uns, Wahrheit, und jetzt gut zu hören, auch eine Regel, die dieser Imam auflegt, er sagt, und der Koran ist bei uns, das Koran ist bei uns, und der Koran ist bei uns, und dann sagt er, und die Attacke, und der Tadel, gebildet ihnen an erster Stelle, und sie sind Sanadika, sie sind Brasphemiker, Ketzer, Kuffar, Munafikun, Mutantun, diese Regel, die der Bruder auch eben erwähnt hat, wenn jemand die Überlieferer attackiert, was attackiert der dann? Ich frage euch, wenn jemand Abu Huraira attackiert, was attackiert der dann? Mehr als ein Drittel von Bukhari und Muslimen attackiert der, sagt er, er ist falsch. Wenn jemand Abu Huraira attackiert, was attackiert der? Tafsir im Koran. Abu Huraira hat größer vom Koran Tafsir gemacht, Erklärung und seine Schüler. Das heißt, Khalas, nimm Tafsir auf Seite, ist nicht mehr glücklich. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall, sie werden mit dem besten Überliebe erwähnt, mit dem besten erinnert, was ich meine, die Leute an den Sahara, wenn ich sie unter den Sahara bin. Auf jeden Fall, imam, al-Scheikh, al-Islam, ibn Taymita, r.a. 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 Und diejenigen, die nach den Sahabas kommen, die sagen, oh unser Herr, vergib uns, die uns vorausgeeizelt sind, die in den Sahabas. Und lasst keinen Korn in unseren Herzen heben für diejenigen, die glauben, für die Sahabas. Und dann sagen sie, oh unser Herr, du bist ra'uf und rahim, du bist milder und barmetsch. Und dann sagt er, und von den Fundamenten, und diese Leute, sie akzeptieren das, was an Vorzug von ihnen und Schönen und Beschreibungen von ihnen, von Koran und Sunnah und Ijma'a bekommen ist. Koran, Sunnah und Ijma'a. Das sind die Quellen der, was? Was haben wir ihnen gesagt? Die Quellen der Religion ist was? Koran, Sunnah und Ijma'a. Dann sagt er uns, von den Ussol, von den Fundamenten ist auch, dass sie, diejenigen, die vor der Eroberung von Mekka gespendet haben, und gekämpft haben, besser sind als die danach. Das sind alles Regeln und Ussol, Fundamente. Dann unter anderem, dass die Muhajirin besser sind als die Ansar. Und dann, dass sie daran glauben, dass Allah zu den Leuten von Badr gesagt hat, dann sagt er, ich habe euch vergeben. Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali waren an erster Stelle. Dann andere, Hamza und so weiter. Dann gibt es auch eine Grundlage. Das ist sehr wichtig. Darin fallen auch viele. Die Einmischung in den Angelegenheiten zwischen den Sahaba, das was zwischen den Sahaba passiert ist. Es gibt manche Menschen, die gehen da rein und schnuppern. Das fängt mit dem Schnuppern an, dann mit dem Lesen, dann mit dem Hören und dann mit der Aqida. Dann übernehmen die diese Aqida, dass die Sahaba schlecht sind und keine Ahnung. Erstens, das ist ein Assel, dass man sich zurückhält vor dem, was zwischen ihnen gewesen ist. Omar Abdelaziz wurde gefragt, man sagte ihm, Was ist deine Meinung bezüglich dem, was zwischen den Leuten von Bani Hashim, also Ali, Hussein, Hassan, Abbas, Abdullah Abbas, was ist deine Meinung bezüglich dem, was zwischen ihnen passiert ist und zwischen Bani Umayya, Muawiyah, Amman ibn Asr, Ritman und so weiter. Dann sagte er, genauso wie Allah unsere Schmerze davor bewahrt hat, so sollen wir unsere Zungen davor bewahren. Auch eine Regel, die man sich schmerzen kann. Erstens, warum sollten wir sich davor fernhalten? Erstens ist es eine Fitna gewesen. Eine Fitna. Und eine Fitna zu? Die Fitna ist eine Prüfung. Auf Arabisch heißt es Fitna, Prüfung. Ja, Prüfung, das ist keine kleine Sache, das ist eine großartige Sache, die dort passiert ist. Zweitens, das, was zwischen ihnen passiert ist, ist eine Sache des Ich-Tihad, der Anstrengung. Deswegen, die Gefährten, alle, die in dieser, weil, natürlich, man muss auch diesbezüglich auch nochmal deuten, nicht alle Sahabah waren an dieser Fitna bezeichnet. Es gab Sahabah, wie Mohammed, der gesagt hat, ich weigere mich, ich gehe nicht raus. Man hat ihm gesagt, komm raus. Dann hat er gesagt, ich gehe nicht raus. Hafsa, sie wollte auch mit Eilish rausgehen, dann kam Abdullah, und er sagt, wehe dir, dass du rausgehst, du gehst nicht raus. Er hat ihr das verboten. Dann, Zahad ibn Abu Uqqas, auch, hat gesagt, ich gehe nicht. Er wurde sogar gefragt, was sagte er, eine Aussage, die mit Gold geschrieben wird, mit Zinter aus Gold. Er sagte, mein Gleichsicht zu euch ist wie eine Gruppe von Menschen. Sie gehen, und dann kommt ein Sturm. Eine Gruppe sagt, wir gehen rechts, und eine Gruppe sagt, wir gehen links, und eine Gruppe sagt, wir bleiben, bis der Sturm weg ist, und wir gehen einfach den Weg weiter. Er sagt, ihr seid diejenigen, die rechts und links gehen, und Inshallah will derjenige sein, der einfach noch stehen bleibt, bis die Fitna weg ist, und dann weitergeht. Auf jeden Fall, sie sind, die Sahabah, die daran beteiligt waren, sind, schweben zwischen zwei Dingen. Zwischen den einem Lohn und den beiden Lohnen. Der Beweis dafür, wenn er eigene Anstrengungen macht. Deswegen, diese Sahabah, und es ist bekannt, Ali war im Recht, Ali hat zwei Belohnungen, Muawiyah und alle, die mit ihm waren, nur eine Belohnung. Maschallah. Also, Imam Ali war im Recht, da sind sie sich einig, Muawiyah nicht, weil Muawiyah nicht im Recht war, hat er nur eine Belohnung, und Imam Ali hat zwei Belohnungen. Liebe Geschwister, ihr könnt ab heute tun und lassen, was ihr wollt, auf der Welt. Ihr könnt rausgehen, vergewaltigen, töten, Gläubige umbringen, ihr könnt Fitna erschaffen, ihr kriegt immer eine Belohnung, weil das ist Ijtihad, nach seinem Verständnis. Was ich mich frage, Bruder Hamza, Salam aleikum Bruder Mino, was sind da für Leute, die ihm zuhören? Ich meine, die Leute, die ihm zuhören, der eine oder andere wird doch ein bisschen Verstand im Kopf haben und einfach mal denken, ey, hier schluckt doch was nicht. Es kann doch nicht sein, dass diese Zuhörer, die jetzt diesen Bengeln am Zuhören sind, ja, diesen Kleinkind, sag ich mal, man kann doch nicht alles schlucken. doch. Ich meine, das geht doch nicht, der Verstand geht doch mit. Bruder, guck mal, Bruder Mino, wenn du, ich unterhalte mich jetzt mit dir, du erzählst mir etwas, egal welches Thema, ich werde dir so lange folgen, solange mein Verstand da mitmacht. Wenn das Gesagte von dir in Konfrontation dann steht mit meinem Verstand, irgendwann mal fange ich an, Fragen zu stellen. Aber das ist hier nicht gegeben, als wären seine Zuhörer hypnotisiert. Ja, Bruder, ich war bei solchen Gesprächen dabei, sorry, wenn ich ans Wort falle, ich war bei solchen Gesprächen dabei und du sagst, das kann doch nicht sein, man muss doch verstehen und man muss doch widersprechen. Bruder, ich verspreche dir und ich garantiere dir, nein, die Leute hören zu und nehmen das für wahre Münze, weil der Mensch ist nun mal so. Vor ein paar Monaten gab es hier zwei Brüder, die haben über die sogenannte kognitive Dissonanz gesprochen und es ist ein Zustand, wenn du etwas oft genug hörst, wenn du es von autoritärer Stelle oft genug hörst, auch noch von autoritärer Stelle, dann erst recht. Aber selbst wenn du es von der Gesellschaft, von dem Bäcker nebenan, von deinem Metzger, von egal dem auf der Straße, von dem oft genug hörst, du glaubst es, egal wie absurd es ist. Das ist einfach wissenschaftlich erwiesen. In Deutschland gab es einen Fall, der heißt Rudi Rupp, kannst du mal googeln. Der Mann, es wurde jemand verurteilt wegen Mordes an den sogenannten Rudi Rupp, weil die Geschichte sich breit gemacht hat, dass Rudi Rupp von einem Mann auf so und so eine Art und Weise umgebracht wurde. Und das ganze Dorf hat darüber geredet. Sie haben alle erzählt, ja, der hat ihn genommen, der hat ihn getötet, er hat ihn dann in seinem Stall dann enthauptet, dann hat er ihn in einen Fleischwolf geworfen und seinen Fleischachter an seine Schweine verpfüttert. Absurdeste Storys wurden erzählt, weil der hat es von dem gehört, der von dem, und der sagt, ja, wenn er es von Freiecken gehört hat, das muss stimmen. Dann sind diese Leute zur Polizei gegangen und zur Staatsanwaltschaft haben diese Storys genauso erzählt, wie sie es gehört haben. Und weil es genug Leute erzählt haben und so überzeugt erzählt haben, hat die Staatsanwaltschaft das mit glaubt, die Anklage erhoben, Gericht hat ihn verurteilt und irgendwann gab es Ebbe. Der Fluss wurde trocken gelegt, weil Ebbe, das war weg, das Wasser war weg. Was hat man gefunden? Ein versunkenes Auto. In dem Auto, noch sehr gut konserviert, die Leiche von Rudi Rupp, angeschnallt in seinem Auto. Der Mann wurde nie ermordet, er wurde auch nicht auf diese Art und Weise ermordet. Aber in Deutschland, kannst du googeln, den Fall Rudi Rupp. So, er wurde verurteilt, weil oft genug eine Lüge so erzählt wurde, um man zu glaubt. Und bei diesen Leuten, für uns beide klingt das so absurd, so diese Sachen, die wir hören. Aber wenn du das oft genug und jeden Jumm'a-Vortrag hörst, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, ich hinterlasse euch Qur'an und Sunnah. Selbst wenn man Geschmack auf Weiß zeigt, ey, hier, da steht aber Qur'an und Ahl al-Bayt, das geht nicht, das geht hier nicht rein, Bruder. Und wenn du diese Storys hörst, ja, Sahaba, das geht nirgendwo rein. Deshalb, es ist eine sehr schwere Arbeit, das zu machen. Und es bedarf sehr viel Fingerspitzengefühl, wenn man diese Thematik, gegen angeht. Das ist eine totale Katastrophe. Wirklich. Diese Thematik ist deshalb nicht einfach, Bruder. Ich schwöre dir, vor allem die Leute, die 10 Jahre, 20 Jahre die Sachen gehört haben und das in den Köpfen ist, es ist nicht einfach, mit denen darüber zu sprechen, auch so ein Senat. Die Leute glauben, ja, okay, Senat hat das alles erklärt bekommen jetzt vom Bruder Hamza, der hat hier sein rechtes Bein hat er geopfert dafür, dass Senat endlich das ABC lernt. Aber das ist nun mal so. Ich meine, Senat hat jahrzehntelang das gehört. Jahrzehntelang waren das seine Helden. So, und das ist ein sehr langwieriger Prozess, bis da irgendwo an diesem Felsen, den man da aufgebaut hat, ein bisschen Kratzer kommt, solange ein Bruder Hamza da reinmeißelt. Die Sache ist ja die, Bruder Herz, Religion ist ja, also der Islam jetzt, das ist ja keine Meinung. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, ich glaube das und er glaubt das, sondern es ist belegbar alles. Und was ich nicht, immer noch nicht verstehen kann, ist, dass die Zuhörer, ich meine, die Prediger, sei die dahingelassen, die sind schon so verseucht, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr zu retten sind. Aber die Zuhörer, die breite Masse, ich spreche nicht von allen natürlich, die Mehrheit, die müssen doch, irgendwann mal, muss doch der Funke da sein, wo der eine hingeht und sagt, bitte, kannst du mir mal hier einen Beweis geben? Ich habe da das und das gehört. Was ist damit? Können wir da, kannst du mir das erklären? Ich meine, die fragen ja nicht einmal. Bruder, was ich, sorry, wenn ich jetzt wollte, was ich dir gerade gesagt habe, das war keine Entschuldigung für diese Leute. Das heißt nicht, wir können nichts dafür, das ist nun mal so die Glauben dran. Nein, 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 das, was du sagst, hat Hand und Fuß, genau das, was du sagst, weil Allah ruft diese Menschen dazu auf. Allah hat damals nicht gesagt, ja, Rasulallah, ruf zu deiner Religion auf, aber bitte nur die 14, 15-Jährigen, weil, hey, komm, die anderen, da ist schon alles im Kopf fest gemeißelt, die sind Muschikin, lass mal, bei dem wird nicht, hat er nicht gesagt. Die Ältesten, der Ältesten sollten das verstehen und natürlich fällt das schwerer, aber der Lohn ist auch höher und der Mensch muss so ehrlich sein, sich das anzuhören, sich da ein bisschen die Sachen zu hinterfragen. Hier bei uns Schiiten, vorhin fragt mich ein jüngerer Bruder, er sagt, sorry Bruder, ich bin zwar Schiit, aber ich würde das trotzdem gerne wissen. Ich sage, ja, was heißt hier sorry Bruder? Was heißt hier sorry? Frag bis zu deinem letzten Atemzug, ob die Iman beim Voran ist. Frag bis zum letzten Atemzug. Keiner soll dir das übel nehmen. Keiner soll dir das übel nehmen. Stirb in dem Moment, in dem du sogar fragst, ist mir egal. Frag bis zum letzten Atemzug. Wir sind niemals so, dass wir da irgendwie dieses Denken irgendwie aufhalten würden. Allerdings. Bruder Hamza, möchtest du etwas noch sagen, bevor wir zum Kopf der Bande gehen? Ja, vorerst möchte ich gerne Bruder Mushtaba begrüßen und das freut mich immer wieder dein schönes Gesicht zu sehen, Habibi. Das ist meine Freude. Habibi. Und möge Allah dich festigen und stärken. Dich ebenfalls, Habibi. Vielen Dank. Also ich habe hier mitbekommen, diese junge Dame mit dem Kopftuch hat eine Sache erwähnt, die sehr wichtig ist. Die Zeichen eines Heuchlers ist, dass er die Ansar hasst. Also wenn man die Ansar hasst, ist man ein Heuchler. Das ist ein Merkmal des Heuchlers, dass er die Ansar hasst. Also wenn wir schauen, wie Omar mit dem Ansar umgegangen ist, dann soll das für ihn klar sein, dass der erste Heuchler Omar war. Von den Muslimen war Omar. Sein Hass war so dermaßen groß, dass er sogar Allahs Verse verfälschen wollte. Also Allahs Verse wollte er verfälschen. Und jetzt hier stellt sich die Frage, hat er wirklich, wenn wir jetzt das erörtern hier, diese Stellen, die sie auch im Netz verbreiten, nämlich was Jalal in seinem großen Werk hier veröffentlicht hat, nämlich Er sagt zu dem Vers, womit sie immer prallen, was und die ersten vorgeeilten von den Muhajjerien und Ansar. Hat Omar hier versucht, von den Ansar, also aus den Ansar, Folger zu machen. Das heißt, die Ansar werden hier mit dem Vers nicht gleichgestellt wie die Muhajjerien laut Omar. Und da hat er versucht, diesen Vers zu verfälschen. Entweder hat er versucht, diesen Vers zu verfälschen, oder war er unkundig bezüglich des Korans. Und beides sind schlimm. Also wenn man sagt, er wusste das nicht, dass dieser Vers so war, wie das jetzt im Koran zu lesen ist, dann ist das schlimm, denn die Sache, also beziehungsweise diese Sache fand in seiner Amtszeit hier statt. Das heißt, er war schon Kalif und er wusste, wenn er das gewusst hätte, dann wusste er nicht, wie man den Koran liest. Denn er sagt, Jalal Dinn Sjöti sagt in seinem Werk Dürr الماثور. Er sagt, er hat er Ebu Ubeid und Sunayd und Eben Jarir und Eben Munder und Eben Mardoway von Eben 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 Ansar Das heißt, die ersten Vorgeeilten von den Muhazirin und den Ansar diejenigen, die sie folgten in Gutem. Das heißt, die Ansar, die die Muhazirin folgten und nicht also er hat die Tabi'in weggelassen. Er hat daraus was, also hier in seiner Lesung existieren die Tabi'in nicht mehr in diesem Vers und diejenigen, die hier gelobt werden, sind die Muhazirin und die Ansar, die die Muhazirin folgten. Das heißt, die Bedingung, um einen guten Ansar zu sein, dass du die Muhazirin folgst. Das heißt, Omar und Abu Becker in der ersten Linie folgst. Das heißt, er hat den Koran falsch zitiert und machte so, als ob er das nicht wusste, als er das gehört hat, dass ein anderer den Koran mehrmals, nicht nur einmal, er hätte zum Beispiel einmal Zaid Ibn Sabit diesen Vers zitieren und die sie in Ehsan sagte Umar die Zaid amir dem Er verletzten und Umar zu Ibn Ibn Kaab Also, hörte Zaid Ibn Sabit diesen Vers richtig lesen in dem ich Als er das so richtig lesen hörte, hat er ihn falsch berichtigt und gesagt Das heißt, er hatte dieses Wa und die sie gefolgt sind, das heißt die Taberin Als er diesen Wa weggelassen hat, kam natürlich so die Lesung raus, also kam so raus, dass das nur damit wie gesagt Al-Mohajirin gelobt werden und die Ansar die Al-Mohajirin folgten. Das heißt Taberin hat in den Augen von Omar nicht existiert laut diesem Vers und die Ansar die einen Wert haben sind diejenigen die folgen das heißt ihn und die anderen Muhajirin Er geht an Sayyid Ibn Sabit obwohl Sayyid Ibn Sabit einer von den Hufaz war also einer der den Koran auswendig lernte und hatte ihn falsch berichtigt und sagte Al-Ladina Faqala hat Angst von ihm gehabt Sayyid sagte Amir Mu'minin A'lam das heißt der Fürst der Gläubigen er meint Omar weiß am besten dann sagte Omar Tuni wie Ubay ibn Ka'ab Bring mir Ubay ibn Ka'ab Ubay ibn Ka'ab ist sagen wir der Kopf der auswendig der den Koran auswendig gelernt hat unter diese Sahaba er sagt Bring mir Ubay ibn Ka'ab Fa'ata 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 ubay wa'ladhi wa'ladhi na also er wollte Sayyid ibn Sabit nicht glauben er hat sofort verstanden dass Sayyid ibn Sabit hat einfach nur ihn nicht kritisiert aus Angst halber und hat ihn zu Recht gegeben und gesagt also der Fürst der Gläubigen kennt sich besser damit aus dann sagte Umar also in Dürrl-Mansur Seite 494 er sagte ruft mir Ubay ibn Ka'ab her damit ich ihn frage dann haben sie ihn dann ist er zu ihm gekommen dann fragte er ihn wie er das liest dann sagte er dann sagte Umar das heißt Umar als er von den ersten Sahaba nicht überzeugt war er fragte den Zweiten als er ihm das gesagt hat er sagte ja ok und dann folgte er wem Ubay er überliefert weiter Jalal Dinn Suyuti in seinem Werk von Abu Sheikh an Mohammed Ibn Ka'ab Al-Qaradi jetzt Umar geht an einem anderen Mann vorbei der am Zitieren war Was Sabequun Al-Awwaluna Min Al-Muhajirin Al-Ansar Fa'akhaza Umar Biadihi dann hielt Umar seine Hand fest an diesen der Zitierte und dann sagte er zu ihm wer hat dir das so beigebracht er sagte Ubay Ibn Ka'ab Ubay Ibn Ka'ab hat mir das so beigebracht Du sollst dich von mir nicht trennen bis ich mit dir zu ihm gehe Also Ubay sind die beide zu Ubay gegangen und dann fragte Umar Ubay Hast du diesen Mann diesen Vers so beigebracht Er sagte Ja Er sagte Hast du das von Rasulullah gehört Er sagte er Ich sah bis jetzt das so dass wir eine Stufe erreicht haben was kein anderer erreichen konnte Das heißt die Klassifizierung war in Augen von Umar so dass er zu der ersten Klasse gehört und die Ansar zu der zweiten Klasse und gibt es keine Folge Also Tabin hat er weggelassen Das heißt jetzt die Frage die sich stellt weil er hier Umar erwähnt hat und er hat und er hat auch das ist eine Antwort auf mehrere Scheinwahrheiten die er hier von sich gegeben hat indem er gesagt hat die haben unsere Religion und den Koran überliefert und die besten Menschen auf Erden und die Zeichen der Heuchler ist der Hass zu den Ansar und so weiter Das heißt diese Antwort auf diese mehreren Scheinwahrheiten von diesen jungen Knaben in erster Linie wie gesagt das Zeichen eines Heuchlers ist was der Hass zu den Ansar So hier sieht man keinen Hass von Umar aber wir sehen nachher in einer anderen Überlieferung einen Hass von Umar gegenüber dem Ansar und von Abu Bakr auch So jetzt aber was hier die Frage die sich hier stellt weil wie gesagt das Thema hat mehrere Faden sozusagen hat mehrere Wege und da kommen mehrere Themen raus und mehrere Fragen wichtige Fragen die sich immer die wir immer an den Anhänger der sogenannten Sahaba stellen die Frage die sie hier stellt hat Umar wirklich nicht gewusst wie man diesen Vers liest und ihr prallt mit diesem Vers für Umar und Abu Bakr und die Ansar und Muhajjarin das heißt Umar selber hat den Vers nicht richtig verstanden nicht richtig gehört von Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam so ein kleinen Vers Du hast eins zwei drei vier fünf sechs Worte und er macht Fehler wenn er wirklich das nicht richtig verstanden hat von den Propheten und das ist die Nummer zwei bei euch weil er hat sie auch gelobt jetzt auch eine Antwort auf diese Shubha die er geleistet hat nämlich der erste war Abu Bakr dann Umar dann Osman und dann Ali laut seine gelehrten ich hoffe ihr hört das so jetzt die Nummer zwei die Nummer zwei bei euch kennt den besten Vers womit ihr immer prallt nicht kannt ihr das nicht kannt ihr entweder er kannt ihr das nicht oder hat gelogen hat versucht den Vers zu verfälschen beide sind schlimm wenn er den Vers nicht kannte dann hat er das nicht verdient ein Kalif zu werden und wenn er den Vers versucht hat zu verfälschen dann ist er ein Kafir wer an die Verfälschung des Korans glaubt ist Kafir das heißt so oder so seid ihr im Verlust seid ihr verloren das heißt wenn ihr sagt ja er wusste nicht wie kann ein Khalifa des Propheten werden Nummer zwei bei euch nach dem Propheten dass er diesen Vers nicht kannte so und wenn ihr sagt ja er hat versucht aus irgendwelchen Neigung diesen Vers zu verfälschen weil er das nicht akzeptieren konnte dass die Ansar die gleiche Stufe erreichten dann ist das auch schlimm denn er schummelt er verfälscht er verdreht und er zeigt hiermit dass er den Ansar nicht ab konnte so wenn wir jetzt das war was ich gesagt habe ist von Jalal Wir gehen zu den Scharich von Bukhari nämlich Ibn Hajar al-Asqalani in seinem Feth al-Bari Band 7 Seite 24 er redet hier über Umar und beziehungsweise über das Ereignis von Sakifat Bani Saida Also Sakifat Bani Saida soll sitzen bei einigen die vielleicht das zum ersten Mal hören Sakifat Bani Saida ist diese Stelle wo die Wahl nach dem Ablieben des Propheten Sallallahu Aleyhi Sallam beziehungsweise wo der Streit nach dem Ablieben des Propheten Sallallahu Aleyhi Sallam zwischen Ansar und Muhazir stattgefunden hat So nochmal dieser Knabe sagt die Zeichen das ist eine Überlieferung bei denen ein Zeichen des Heuchlers Das ist der Hass zu den Ansar Jetzt hier die Ansar haben sich getroffen an dieser Stelle um einen Kalif zu wählen das heißt sie waren dabei einen Kalif zu wählen und Omar und Abu Becker haben das mitbekommen und die Geschichte kennen wir alle die rannten zu ihnen zu den Ansar und Muhazirin nachdem sie das gehört haben damit sie das verhindern dass ein Mann von den Ansar Kalif wird Ich will hiermit also aus dieser Geschichte eine Stelle zeigen dass Omar nicht nur Hass zu den Ansar gezeigt hat sondern er hat die Todesstrafe erlassen gegen den Ansar wo also erstmal gegen den Kopf den Ansar der Ansar kennt ihr Saad ibn Ubadah als man gesagt hat ja Saad ibn Ubadah ist umgebracht worden dann sagte er also in viel Überlieferung steht tötet ihn Gott hat ihn getötet oder möge Allah Saad ibn Ubadah töten das heißt der Kopf von Ansar das ist Hass Zeichen also Omar zeigt Hass gegen Saad ibn Ubadah und zeigt Hass beziehungsweise zumindest hier sagen wir bis da zeigt Konkurrenz gegen die Ansar also Konkurrenz und wenn man mit jemandem konkurriert ist kein Liebeszeichen also wenn du mit jemandem konkurrierst ich will diesen Platz haben du darfst diesen Platz nicht haben der wird dich schubsen du wirst ihn schubsen der hat ihn geschubst und der andere hat ihn beschimpft und dann einer hier zog an den Bad von Omar und da war so ein großer Streit entstanden so dass Omar die Todesstrafe gegen Saad ibn Ubadah erlassen hat weil er von den Ansar war dort war dieser Streit zwischen Ansar und Muhajirien aufgrund der Zugehörigkeit Abu Bakr sagte hat versucht die Muhajirien über den Ansar zu stellen und die Ansar haben versucht die Ansar über die Muhajirien zu stellen schadet nicht wenn wir etwas ausführlicher lesen und übersetzen inshaAllah also hier Ibn Hajar Al-Asqalani erzählt uns also überliefert uns diese schöne Geschichte die zu sagen ja wir haben mehr Anspruch auf die Khilafa des Propheten das heißt sie haben von sich selber gelobt und sich ihre Vorzüge vorgelegt sozusagen gegenüber den Muhajirien und Abu Bakr hier hat dazugegeben und gesagt das was ihr an Güte erwähnt habt ihr gehört dazu aber die Arabe kennen diese Sache nämlich die Khilafa also das heißt die Befehlhabung in diesem Ort nur für die Kureych das heißt den dem Mhagirien und das sind bekannter und sind bevorzugter und die sind beliebter und die haben einen besseren Rang und die sind höher angesehen und so weiter und so fort, als die Ansar. Und dann sagt Al-Habbab Er erklärt, wie gesagt, also dieses Geschehen in Bukhari, diese Geschichte, wie Al-Habbab geredet hat und Al-Ibn-Gundr geredet hat und so weiter und so fort, aber worauf ich ihn auswähle, ist eine Aussage von Omar. Nach langes Hin und Her, dieser Streit, also mündlicher Streit zwischen Abu Bakr und Al-Habbab ibn al-Munzir und Saad ibn Ubadah und Saeed hier und die anderen, die da anwesend waren, Omar war nur am hören, weil er hat versucht, erst mal das zu sagen, was er sich vorgestellt hat. Abu Bakr hat ihnen gesagt, er soll erst mal schweigen, er will reden. Also das heißt, jeder hat den anderen von den anderen verlangt, zu schweigen, damit er selber gegen den Ansar auftritt. Also hier Abu Bakr kommt zu der Stelle, wo die anderen mehr, also lauter wurden, dass Abu Bakr nicht mehr reden konnte, weil sie konnten sich nicht einigen. Da wollten sie zwei Kulafari. Die Ansar haben gesagt, ein Khalifa von uns und ein Khalifa von euch. Ein Befehlshaber von uns und ein Befehlshaber von euch. Das heißt, hätten die das geschafft, hättet ihr zwei auf einmal gehabt. Dann hättet ihr zwei auf einmal gehabt, ein Ansari und ein Muhajir. So. Das heißt, hat der Prophet nichts geklärt. Anhand dieses Geschehen hat der Prophet gar nicht geklärt, wo, wem diese Sache gehört, nach seinem Ableiben. Anhand eurer Überlieferung. Bei uns hat er schon geklärt. Ali, a.s. Waliyullah. Bei euch hat er nicht geklärt, so dass alle Ansar und alle Muhajirin wussten nicht, wer mehr Anspruch auf diese Sache hatte. Keiner. Also die wussten nicht. Deswegen kommt nicht an und sagt hier, ja, die Sahaba und was weiß ich und und die haben Abu Bakr gewählt oder Rasulullah hat das angedeutet und gesagt, was weiß ich. Einige sagen, das war eine Nass, das heißt, eine Vermächtigung an Abu Bakr, eine indirekte Vermächtigung und so weiter und so fort. Keiner von uns hier sieht man laut, anhand dieses Streits konnte man feststellen, dass die, dass alle, die Sahaba allesamt nicht wussten, wem diese Sache gehört oder sie wussten, dass Ali gehört, aber Ali war nicht anwesend, also auf jeden Fall die Ansar haben das gewusst, Abu Bakr hat das gewusst und Omar hat das gewusst, aber wenn wir jetzt davon ausgehen und sagen, ja, die haben das nicht so verstanden wie die Schiiten, das heißt, sie haben den Propheten ganz und gar nicht verstanden und sie haben den Koran auch ganz und gar nicht verstanden, wenn ihr sagt, ja, das ist Shura, das heißt Shura, Shura bedeutet, man berät sich und nicht, man streitet sich und nicht, dass man sich schlägt und dass man sich beleidigt und dass man sich die Todesstrafe gegenseitig hier lässt, wie Omar hier, Uqtulu Sa'dan, Qatalahu Allah, Qatalallahu Sa'dan und so weiter, jetzt kommt diese Todesstrafe. So, hier, Al-Habbab ibn al-Mundir und er war von den Leuten, die in Badr gekämpft haben, sagte, minna amir wa minkum amir, das heißt, einer der größten Sahaba schlägt vor zwei, Kulafaa auf einmal zu wählen. Einer für ein Ansari und ein Muhajir. Er sagt, fa inna wallahi ma nanfus aleikum haza al-Amr wa lakinna na khafa an yaliyahu aqwamun qatalna aqabaahum qatal fa qala umar lahu iza kana dhalika famitt inestata'at er sagt, also Umar al-Dishabab sagte, Wallah, wir wollen nicht gegen euch konkurrieren in der Sache, aber wir fürchten, wenn wir nicht, ähm, wenn wir nicht an die Macht kommen, so dass die Leute, die wir ihre Eltern oder ihre Angehörigen getötet haben, sich rächen würden. Das heißt, wir würden keine Macht haben, keine Macht haben, uns gegen diese Menschen zu wehren. Dann antwortet Umar, sagte, du sollst sterben, wenn du kannst. Das heißt, du sollst sterben. Das heißt, der Tod steht als zweite Wahl. Die erste Wahl ist, was, dass du akzeptierst, dass Abu Becker der Khalifa ist. Die erste Wahl, die zweite Wahl ist, dass du stirbst. So, obwohl das er von Badr war. Was hat er vorhin auch gesagt, dieser Knabe? Dass der Prophet von Leute von Badr gelobt hat und gesagt, macht, was ihr wollt, oh Leute von Badr, Allah hat euch alles vergeben, was ihr gemacht habt und was ihr machen werdet. Das heißt, die sind Masumi geworden, Leute von Badr. hier, schaut mal, mit allen Mitteln haben sie versucht, an die Macht zu kommen, beide, Abu Becker und Omar. Abu Becker, hier, was machte er, war schlauer als Omar, weil Omar war aggressiv und hätte alles gescheitert, wenn die Ansar sich darauf beharrt haben, diese Macht zu übernehmen. Omar hat hart geredet gegen die Ansar und Abu Becker war schlauer, damit das nicht passiert, weil das andere nicht möglich ist, das andere ist nicht möglich, dass Fai Khalifa kommen. Was macht Abu Becker hier? Er sagt, von uns sind die Befehlshaber und von euch sind die Helfer, das heißt, die Minister sind von euch und die Ministerpräsidenten sind von uns. Das heißt, ich bin Ministerpräsident und von euch sind die Minister. Das war ein Deal. Schaut mal, merkt ihr diesen Bazar, das ist keine Shura, das ist kein Shura, das ist ein Streit, das ist ein Krieg zwischen Ansar und Muhajirin. Ist das Liebe jetzt, Liebe von den Muhajirin gegenüber den Ansar? Also ich sehe keine Liebe bis jetzt. Das wird noch schlimmer. So. Nachnu l'Omara und antum l'Ozara und dieser war zwischen uns und zwischen uns und ihnen sagt, wir sind die Befehlshaber und ihr seid die Minister, das heißt, die Helfer und diese Sache bleibt unter uns, das heißt zwischen uns. Als Zwischeninformation, kein Ansari hat eine Stelle bekommen bei Abu Bekir oder bei Umar oder bei Osmar. Also die Ansar wurden distanziert. Die Ansar haben nichts bekommen. Wo ist die Liebe zu den Ansar? Jetzt laut dieser Aussage von diesen Knaben ist hier was? Liebe oder Hass? Wo ist die Liebe, dass du die Ansar was versprichst, aber nicht einhältst. Das heißt, hat Abu Bekir hier gelogen. Jeder vernünftige Sunni jetzt muss sich darum kümmern und sagen, lass uns überprüfen, ob die Ansar wirklich an der Macht beteiligt wurden, wie Abu Bekir ihnen das versprochen hat. Merkt ihr, in jedem Thema, also in jedes Thema, jedes Thema, in jeder Erörterung findet ihr keinen Ausweg. Findet ihr die Rechtsleitung, indem ihr nur diese kleine Zwischensachen überprüft. Was hier Abu Bekir gesagt hat, er hat ihnen versprochen, an die Macht beteiligt zu werden, nur das überprüfen. Wurden an der Macht beteiligte Ansar? Nein, nicht im geringsten. Das heißt, Abu Bekir hat hier gelogen. Folgt ihr einen Lügner? Folgt ihr einer, der die Ansar hasste? Denn der sagte, und das ist eine Überlieferung bei euch, er sagte, Zeichen, ein Zeichen, ein Merkmal des Heuchlers, ist der Hass zu den Ansar. So, hier, also, Eben Hajar versucht, die unterschiedlichen Aussagen auszulegen, aber er hat sie natürlich alle erkannt, weil die sind alle authentisch hier, und deswegen hat er sie alle erörtert. Damit das nicht länger dauert, gehen wir da zu der Stelle, worauf ich ihn auswähle. So, auf jeden Fall, die Ansar haben das gemerkt, haben das gemerkt, dass da ein Spiel, dass das ein Spiel ist. Weil hier, das würde gesagt, hier, schaut mal hier, also, es wird hier gesagt, also, weiter wurde geredet, eine andere Facette von der Überlieferung, sagt, wo er damit angegeben hat, wir sind die Ersten und wir sind besser und wir sind wichtiger, er sagt, wir sind, die Muhajirin waren die ersten Muslime, so, und wir sind seine Aschira, Aschira des Propheten und seine Verwandten, das heißt, die große Familie und seine Verwandten, seine Verwandten, also Verwandten von den Propheten, er nimmt diese Eigenschaft als ein Argument, um zu sagen, dass er Anspruch auf Khilafa hat, auf die Khilafa des Propheten, das heißt, weil er zu den Verwandten gehört, sagte er, habe ich mehr Recht darauf, ein Khalif zu werden, okay, wer ist näher zu den Propheten, er oder Ali bin Abi Talib Das ist auch eine Frage, die sich ein Sunni stellen muss, wenn Abu Bakr das als Argument nimmt, wir gehören zu seiner Großfamilie und wir gehören zu seinen Verwandten und das ist der Grund, weshalb wir Recht auf die Khilafa haben, der Sunni muss sich jetzt fragen, wer ist näher, wer ist näher, oder wer ist mehr verwandt mit den Propheten oder Ali So, dann sagte er, er sagt, ihr seid unsere Brüder, sagte er zu dem Ansar, in Allas Buch und ihr seid unser Teilhaber in Allas Religion und die am meisten geliebt sind zu unseren Herzen Also hier wird gesagt, die Ansar haben vorgeschlagen, okay, dann machen wir so, wenn ein Khalif der Muhajir stirbt, dann suchen wir einen von den Ansar aus. Das heißt, ein Muhajir, ein Ansari, das heißt, sie planen selber, sie haben selber geplant, wer Allahs Religion führt, das heißt, Allah hätte diesen Menschen so überlassen, dass sie sich streiten, dass sie sich selber töten, gegenseitig töten, so, dass sie das schaffen, mit Gewalt, mit Frieden, egal wie, auf jeden Preis, auf jeden Preis, dass sie das schaffen, dass einer von denen an die Macht kommt, so, und regiert, Allahs Religion führt. So, Einer hat vorgeschlagen, lass uns einwählen, ein Ansari, oder ein jetzt von euch, Muhajir, dann kommt ein Ansari, damit wir uns absichern, nicht wenn der Muhajir jetzt regiert, dass er das für sich behält, und wir verlieren unseren Anteil, das heißt, sie haben gespürt, dass da geplant, was geplant wird. So, als dieser Ansari gesprochen hat, kommt Omar hier, sagt, nein, bei Allah, jetzt, keiner, der sich uns widersetzt, ohne dass wir ihn töten. Das heißt, ein Ansari wird getötet, wenn er daran denkt, nach Abu Bakr an die Khilafah zu kommen, das heißt, du darfst nicht als Khalif werden, als Ansari. So, die haben wieder die Khilafah bekommen, nach Abu Bakr, noch haben sie in der Zeit von Abu Bakr ein Amt bekommen, noch ein Amt in der Zeit von Omar, noch ein Amt in der Zeit von Usman. Und von daher kommt was, die Khilafah bleibt in Quraysh. Die Khilafah bleibt in Quraysh. Jetzt gehen wir zu Abu Anas, dieser, wie heißt der Erste, der gesprochen hat, Anas oder ich weiß nicht, wie er heißt, auf jeden Fall, der hat von den Usmanen gesprochen und gelobt. Die Usmanen, das sind die Khilafah, Khilafah al-Othmaniyin, Usmanen sind die Khilafah. So, anhand dieses Streites hier, entweder sind diese Menschen im Unrecht oder die Usmanen. Warum? Weil die sagen hier, dass die Khilafah nur in Quraysh bleiben. Die Usmanen sind keine Quraysh. Wir sind weder Ansar noch Quraysh. Das sind Türken. Das heißt, bei den Türken darf keine Khilafah stattfinden. Das heißt, wir brauchen keine Munitionen, keine Rafida Munitionen, wir benutzen eure Munitionen. Und das ist eine Antwort auf diese Leute, die sagen, Hamza beschäftigt sich mehr mit Werken der Sunniden. Natürlich beschäftigt damit ich weiß, welche Munitionen ich gegen sie verwenden kann. So, jetzt hier anhand dieser Überlieferung, das ist eine Antwort jetzt auf den ersten Prediger, der den Bruder Umid hier laufen ließ. Dieser Enes, oder ich weiß nicht, wie heißt er jetzt, vergessen. Auf jeden Fall dieser Türke, der vorhin geredet hat und gesagt, er hat natürlich die Osmanen gelobt. Jetzt, wenn ich jetzt dagegen spreche, bedeutet das nicht, dass ich Osmanen hasse oder liebe. Ich erörtele das nur. Er hat die Osmanen hier gelobt und Sultan Salim Al-Fatih hat er die Schiiten Abou Enes heißt er, Abou Enes. Abou Enes, Abou Enes, ja richtig. Also, dass er hier die Schiiten für Kuffar erklärt hat, MashaAllah, und er prallt damit, ja, das war schon damals, keiner hat das gemerkt und so, und jetzt kommen, das heißt, die Wahhabiten kommen nach und ein und holen das nach, was Sultan Salim gemacht hat. Okay, diese Khilafah in den Osmanen ist ungültig in Augen von Omar und Abu Bakr. Und wieder sind die Osmanen jetzt gegen Abu Bakr und Omar, weil sie dagegen sind, dass die an die Macht kommen, ne, und wenn sie dafür sind, dann dürfen, dann sind sie hier, illegale Khilafah gewesen. Das heißt, ihr habt, ihr habt gemerkt, ihr seid in der Krise. Ihr seid in der Krise. Also ein Zeichen des Heuchlers ist sein Hass zu den Ansar, gegen den Ansar. Hier Omar sagt, nein, Wallah, das heißt, es wird nicht stattfinden, dass ihr an die Macht kommt. Keiner widerspricht sich uns, ohne dass wir ihn töten. Das heißt, die Todesstrafe. Das war jetzt erstmal eine Antwort auf den Knaben und auf diesen Abu Enes. Oder nicht wieder vergessen, wie heißt er, Bruder? Abu Enes, also Enes schreibt er sich. Ich weiß jetzt nicht. Abu Enes, ja, Abu Enes, genau. Khayr, Inshallah. Khayr, Inshallah. Dankeschön, Bruder Hamza. Wenn du erlaubst, würde ich gerne zu dem Kopf dieser Prediger gehen. Der hat vor einiger Zeit auf TikTok ein Video hochgeladen. Darauf hat kurz der Bruder Muschdaba geantwortet, aber ich glaube nicht auf das gesamte Video, sondern so einige Teile. Das Video ist insgesamt acht Minuten. Ich werde das jetzt mal allen präsentieren. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalat, wassalam, 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 liebe Schwestern im Islam, Alhamdulillah, dass der Live-Zien wieder geht und ich bitte euch diesen Vortrag zu verbreiten. Ich habe eben etwas in Sotihascha, das ist die 59. Suhe des Korans gelesen und wollte meine Gedanken von mir mit euch darüber teilen und zwar in Vers 8 dort sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, ja, das gehört den Armen auswanderern, ja, die aus ihrem Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten und Allah und seinem Gesandten helfen, das sind die Behaftigen. Hier steht das heißt es geht um die Muhajirin. Das heißt, was passiert hier? Die werden hier gelobt. Die Muhajirin werden hier gelobt. Wer sind die Muhajirin? Die Muhajirin sind diejenigen, die ausgewandert sind von Mekka nach Medina. Wie heißt die andere Gruppe der Sahaba? Ansar. Dann sagt er danach sagt Allah und diejenigen, die in der Wohnschüttung glauben, von ihnen vor ihnen zu Hause waren, das heißt, wer ist hier mit gemeint? Die Ansar lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert sind. Das heißt, die haben vor ihnen Medina gelebt. Muslime, die vor ihnen Medina gelebt haben. Sie haben all die geliebt, sie lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist und finden ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen, also dem Muhajirun gegeben worden ist. Und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Das heißt, denen wurde viel gegeben, es gab die Brüderlich, die Bruderschaft wurde gemacht zwischen dem Muhajirun, den Ansar und manche haben mit denen alles geteilt, dass sie bei denen zu Hause wohnen konnten und so weiter und so fort. Das heißt, das ist wirklich sehr schwer, alles mit jemandem zu teilen. Und sie hatten dabei was in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesem gegeben worden ist und haben die sich selber sogar bevorzugt. Auch wenn sie selbst Mangel erlitten, das ist sehr wichtig, weil das waren keine Millionäre in dem Sinne oder irgendwelche Ölscheiß. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind die, in denen es wohl geht. Was macht also Allah hier in diesen Versen? Allah lobt die Muhajirun und die Ansar. Wer sind die Muhajirun und die Ansar? Sind die Sahaba? Die Sahaba setzen sich zusammen, aus Muhajirun und Ansar. Allah lobt die. Was ist jetzt? Wer sind wir? Sind wir Muhajirun oder Ansar? Wir sind die, die danach gekommen sind. Und dann sagt Allah, welche Haltung wir, die danach gekommen sind, zu den Muhajirun und den Ansar haben sollen. Er sagt sinngemäß und die die nach ihnen kommen, sagen, unser Herr vergib uns und unseren Brüdern, Geschwistern, die uns im Glauben vorausgegangen sind und lasse in unserem Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben. Unser Herr, du bist ja gnädig und beim Herzen. Das heißt, wir sollen für die Muhajirun und die Ansar, für die Sahaba, um Vergebung bitten und wir sollen Allah darum bitten, dass wir keinen Groll im Herzen haben gegen die Muhajirun und die Ansar. Bruder Herz, also sinngemäß will er bis jetzt, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, durch die Blume uns mitteilen, dass alle Sahaba gut sind und wenn wir heute für diese Leute nicht beten und für diese Leute nicht hoch achten, dann sind wir letztendlich völlig auf dem falschen Weg. Ist das richtig? Bruder hat hier wissentlich, ich glaube nicht, dass er das nicht weiß, er hat wissentlich hier auch was verdreht und anders verpackt, sodass das Abu Becker auch mit unter und Umar mit unter beenthalten werden. In dem Vers, wenn man liest, das sind drei Verse, wir lesen das davor, was davor gekommen ist, natürlich ist entscheidend, was die Muhasjerien bekommen, das gehört, was gehört den armen Auswanderern. Also er hat hier die armen weggelassen und er sagt alle Muhasjerien und er redet von allen Ansar. Der Koran spricht nicht von allen Muhasjerien. Er hat als angefangen, das gehört den armen Auswanderern. Ja, was gehört denn den armen Auswanderern? Allah spricht hier von was? Davor Allah spricht von den Beuten, also von der Beute. Er sagt, was Allah seinem Gesandten von den Bewohnern der Städte als kampflose Beute zugeteilt hat, das gehört Allah seinen Gesandten und den Verwandten, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges, dies damit ist, nicht nur im Kreis der Reichen von euch bleibt. Hier redet Allah von der Beute. Was nun der Gesandte euch gibt, das nehmt. Ja, warum? Sagt er, weil sie sich gestritten haben. Weil die Leute sich gestritten haben. Warum gibst du denen mehr und mir weniger? Weshalb kriegt er mehr und ich kriege weniger? Einer packte ihn an seiner Kleidung und sagte, sei gerecht, ja, Muhammad, sei gerecht. Das heißt, sie haben an seiner Gerechtigkeit gezweifelt. was was der Gesandte euch hier gibt, das nehmt. Und was euch untersagt, dessen enthaltet euch. Und fürchtet Allah, gewiss Allah ist streng im Bestrafen. Jetzt, das, sagt er, er redet von der Beute. Also, er sagt, das gehört den armen Auswanderern. Aber war Abu Bakr arm von den Auswanderern? Nein, das heißt, hiermit ist Abu Bakr ausgeschlossen. Die sagen Abu Bakr anhand ihrer Überlieferung, anhand ihrer Bekenntnis, sagen, dass Abu Bakr reich war, sodass er hier Festen genommenen freigekauft hat, wie Bilal und so weiter. So, das heißt, er hat mehrere befreit von den Sklaven, von den Festgenommenen unter den Muslimen zwischen den Händen der Muschrikin. So, also, dann ist Abu Bakr hier ausgeschlossen. Omar war auch nicht von den, gehörte nicht zum armen Auswanderer, der ist viel später auch ausgewandert, auch angeblich zu sagen, er war alleine und er lief alleine, weil die ganzen Muschrikin hatten Angst von ihm gehabt, so, in der Auswanderung. So, den armen aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind. Abu Bakr wurde nicht vertrieben, Omar wurde nicht vertrieben, das heißt, die beiden sind ausgeschlossen. Deswegen, wenn du das nochmal hörst, er hat gesagt, allen Muschrikin, allen, wo, es steht nicht von allen, da steht von den armen, Muschrikin, die von ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach Huld von Allah und Wollgefallen trachten und Allah das sind die Wahrhaftigen. Ja, das sagen wir auch. Wir sagen auch, die Muhasjerien, die von ihrem Wohnstätten vertrieben wurden und die ausgewandert sind für Allah und sein Wollgefallen und Allah und seinen Gesandten hier helfen wollten, das loben wir auch. Keiner redet gegen diese Menschen. So, jetzt gehen wir zu den Ansar, das haben wir schon hinter uns gehabt, also mit Samra glaube ich. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist. Masha'Allah, die lieben wir auch. Wer diese Merkmale hat, kriegt von uns Salam, kriegt von uns Salam, kriegt von uns Verehrung. Wir verehren diese Menschen, wir lieben diese Menschen. Klar haben sie gekämpft für den Islam. Aber Abu Bekir hat nicht für den Islam gekämpft. Zeig mir ein Sunnite, der wirklich ehrlich dabei ist, er möchte gerne bitte mir zeigen, eine einzige Schlacht, wo Abu Bekir somit schwer gekämpft hat, also Mann zu Mann. Der größte Beweis, der dagegen spricht, dass er nicht gekämpft hat, dass er gekämpft hat, was als er an der Macht gekommen ist, hat sich die ganzen Regeln geändert, sodass der Khalif nicht mehr kämpft. Das heißt, der Machthaber kämpft nicht mehr. Ab Abu Bekir hat das angefangen. Omar hat das auch so gemacht, hat nicht mitgekämpft, als er Khalif geworden ist. Osman hat nicht gekämpft, als der wahre Khalif gekommen ist, Ali ibn Abid Talib kamen die alten Regeln des Propheten wieder hier zustande und hat gekämpft. Ali starb mit Kriegsklamotten, also er hat Kriegsleidung an sich gehabt. Das heißt, mit dem Schwert ist er gestorben, Imam Ali ist als Krieger gestorben. Rasulullah hat gekämpft, er hat selber gekämpft. Das heißt, wieder in der Zeit des Propheten haben sie gekämpft und wenn sie beteiligt waren an einem Kampf, waren sie von den Ersten, die geflüchtet sind. Die Ersten, die geflüchtet waren, war Abu Bakr, Omar und Osman. Osman war tagelang, wochenlang weg, also geflüchtet, wochenlang. Da kannst du darüber gar nicht mehr, also Osman kannst du schon vergessen, also kannst du ganz und gar klicken. Omar, als er sich an einem Front befand, da lief ein anderer hinter ihn und hat ihn mit dem Schwert auf den Hintern gehauen und geschlagen und gesagt, Omar, also so, nicht so mit der Schärfe, sondern mit der Fläche des Schwertes. Und er sagte zu ihm, oh Sohn von Khattab, Omar, denke daran, das heißt, wenn du, er wusste, dass er der Khalifa wird, wenn du an der Macht kommst, dann denk mal dran und deswegen hat Omar immer daran gedacht, als er Khalifa geworden ist, hat er ihn dafür belohnt, dass er ihn nicht getötet hat. So, die waren nur am Flüchten. So, jetzt gehen wir zu den Ansar. Jetzt vergleichen wir das, was ich vorhin vorgetragen habe, vorgelesen habe von Ibn Hajar Ba'az-Qalani mit diesem Vers hier, womit hier der Pierre Vogel versucht hat zu prallen. Schaut mal. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Da, für die Macht, wurden sie nicht vorgezogen. Da wurden die an Mohajirin gar nicht vorgezogen. Das heißt, du ziehst sie vor für Beute, die für ein paar Tage dich ernährt, wovon du ein paar Tage hier davon lebst, aber wenn das um die Macht geht, keiner zieht den anderen vor, sondern jeder zieht sich selber vor. Also jeder hat sich selber vorgezogen. Die Ansar haben sich vorgezogen und die Mohajirin haben sich vorgezogen und die haben sich an den Bad gezogen und sie haben sich gegenseitig beleidigt. So und da, das heißt, die fallen, diese Leute fallen nicht unter diesen guten Ansar, unter diesen guten Mohajirin, diese guten Ansar und diese guten Mohajirin, die machen wir auf unsere Köpfe. die verehren wir. So, aber dazu gehört nicht Abu Bakr und Amar. Deswegen versuch nicht deine verdorbene Ware mit dieser guten Ware zu verkaufen. Wir haben gute Augen, wir können schon gut sehen, was du da an Ware hast. So steck nicht diese faule Äpfel zwischen die schönen Äpfel, da kannst du nicht, kommt das nicht vorbei. Die werden wir immer wieder raussuchen und wegwerfen. So und dann sagt er hier weiter und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, bleiben, bleiben. Sind sie geblieben? Wenn sie doofer gewesen wären, sind sie geblieben? Nein, anhand der Erklärung von Ibn Hajar sind sie gar nicht geblieben. So, das sind diejenigen, denen es wohl geht. So, Allah hat uns Verstand gegeben. Jetzt redet er über sich selber. Er sagt, wir sind damit gemeint, diejenigen, die nachgekommen sind. meine liebe Sunniten, das sind wir, nicht ihr. Ihr folgt die schlechten von denen und wir folgen die ehrlichen, die guten, wir folgen diese Menschen, die Allah hier lobt und ihr folgt die Mörder, ihr folgt die Verbrecher. Das ist der Unterschied. Die versuchen euch das darüber zu vermitteln. Das geht nicht. das sind wir. Allah spricht hier von uns. Die jenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind und lasse in unseren Herzen kein Groll sein gegen die jenigen, die glauben. Also er redet nicht von Ansar und Meisterin, nein, die glauben, unser Herr, du bist ja gnädig und barmherzig. Ja, wir lieben die Gläubigen. Warum? Weil sie unter die Macht des Fürst des Gläubigen sind. Des Fürst der Gläubigen. Der Fürst der Gläubigen war Ali bin Abi Talib aleyhis sallam und die Gläubigen von diesen Menschen war Abu Dar, war Salman, war Ammar, war Abu Aswad, das sind die Sahaba, die lieben wir, die verehren wir, das sind die, die vor uns im Glauben gewesen sind. Diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen, wir sagen, unser Herr vergibt uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Das, das sind die, nicht Abu Fakir und Ammar. Nein, der gläubige, der gläubige Muslim greift die Tochter des Propheten nie an, egal wie. Und der gläubige, der richtige Gläubige glaubt Fatima aleyhis sallam, egal was sie sagt, egal was sie sagt. So, und nicht sagt ihr, nein, das stimmt nicht, was du sagst, was du sagst, der Prophet hat mir ganz was anderes gesagt und die bezichtigen Fatima und Ali Abi Talib und Hassan und Hussein aleyhis sallam, der Lüge. Sie sind von Ahl al-Bait aleyhis sallam abgewischt und deswegen du kannst sie nicht dazu zählen. Du kannst sie nicht dazu zählen. Deswegen Allah immer wenn er die Sahabe, habe ich schon mal gesagt, immer wenn er welche lobt, danach gibt ihr ein Zeichen. Immer nach diesen Versen gibt es ein Zeichen für dich, dass du aufwachst, dass du wachsam bleibst, dass du nicht verallgemeinerst. Was? Dass er immer wieder die Munafiqin danach erwähnt. Hier erwähnt er auch die Munafiqin. Wenn wir den nächsten Vers, also das war Vers 10, Vers 10 sagt Allah, erst mal Vers 10, liest ich weiter, indem er sagt und diejenigen die nach ihnen gekommen sind, sagen unser Herr vergib uns und unseren Brüdern die uns im Glauben vorausgegangen sind und lasse in unseren Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen die glauben. Unser Herr du bist ja gnädig und barmherzig. Die Glauben meine Lieben die Glauben wenn ihr die Gläubigen die die glauben folgt dann haben wir keine Probleme mit euch aber ihr folgt diejenigen die nicht glauben das ist das folgt von denen von den Muhajirien und den Ansar die glauben und wir haben kein Problem dann sind wir eine Ummah wir haben kein Problem dann sind wir in einer Wachda aber ihr folgt die 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 an Allah gezweifelt haben die an den Propheten gezweifelt haben so jetzt schau mal wie Allah subhanahu hat, gibt er dir ein Zeichen danach, siehst du nicht jene die heucheln ja was heißt Heuchler Heuchler sagt dir, er glaubt, aber er glaubt nicht ja sofort danach dort wo er Ansar und Muhajirin gelobt hat und sagt das heißt von den Medina sind welche unter denen sie hier zu den Kuffer, zu den Nifar zu geneigt und hier sagte er, nachdem er dieses, dieses, dieses Lob diesen Lob hier erwähnt, nachdem er das so schön, nachdem er sie so schön gelobt hat, sagt er siehst du nicht jene die heucheln sie sagen zu ihren Brüdern, die ungläubig sind von den Leuten der Schrift wenn ihr tatsächlich vertrieben werdet, werden wir ganz gewiss mit euch vorziehen und wir werden niemals jemanden gegen euch gehorchen und wenn gegen euch tatsächlich gekämpft wird, werden wir euch ganz gewiss helfen doch Allah bezeugt, dass sie wahrlich lügen deswegen bringt was ihr wollt bringt all die Argumente die ihr für Argumente hält was wir für Scheinargumente halten hervor und ihr werdet sehen, wie sie zerschmettert werden wie das alles auseinander gepflückt wird wir nehmen das alles auseinander so dass das für jeden klar dass das für jeden klar wird jetzt du kannst sagen ja aber wo hat Omar hier gesagt dass er dass er die Leute der Schrift helfen werden wo hat er jetzt gesagt ihr kennt doch das ihr kennt an einem Vortrag wo ich euch gesagt habe er ist immer zu den Juden gegangen hat er von denen gelernt und er trug die Schriften der Juden und kam zu den Propheten und sagt das hat mein Herz mitgenommen und der Prophet war zornig ich sage ihr seid in Zweifel ihr geht zu denen Wallahi wenn Musa selbst am Leben wäre er hätte keine andere Wahl gehabt außer mir zu folgen das heißt er war mit denen und der hat der gehörte zu denen er ist derjenige der das sagen könnte sie sagen zu ihren Brüdern Ungläubig sind von den Leuten der Schrift wenn ihr tatsächlich vertrieben werdet werden wir ganz gewiss mit euch fortziehen und wir werden niemals jemanden gegen euch gehorchen und wenn gegen euch tatsächlich gekämpft wird werden wir euch ganz gewiss helfen doch Allah bezeugt das ist die Wahrlich-Lüge das ist die Antwort auf Biervogel Dankeschön Bruder Hamza vielen vielen Dank es geht weiter würde dieser Vers Sinn ergeben wenn 99% oder sagen wir 90% der Mohajirun und der Ansar wie die Schiiten es behaupten Kufar geworden sind ich würde ich kann keinen Sinn dahinter verstehen wenn das der Fall gewesen wäre denn hier werden die Mohajirun und Ansar gelobt und danach wird über die die danach kommen gesagt wie sie sich verhalten soll sie sollen für sie um Vergebung bitten und kein Groll in sie im Herzen haben das heißt wie kann man es dann mit diesem Vers im Koran vereinen Aisha zu beschimpfen zu beleidigen das sind Sachen die für mich keinen Sinn haben und und geschweige denn eine ganze Religionsrichtung auf den Hass gegenüber die Sahaba aufzubauen möge Allah uns alle recht leiten und möge Allah denjenigen die das in den Koran hinein interpretieren Verständnis geben von der Religion denn es ist leider so dass viele von ihnen wenig Wissen haben von der Religion aber alles wo die Sahaba Probleme hatten da kennt man sich plötzlich detailliert mit aus man ist aber selber nicht in der Lage beispielsweise die Rolle der Frau im Islam zu verteidigen oder bestimmte andere Sachen wo zum Beispiel christliche Missionare über den Islam am Herzen sind ja guck mal man kann immer irgendetwas finden wo irgendetwas jemand etwas falsch gemacht hat ja wir haben nie gesagt dass die Sahaba perfekt sind das sagt doch nicht der Vers hier im Koran der lobt die allgemein und es gibt eine ganz einfache Methode jemanden schlecht zu machen indem ich irgendetwas von ihm aus seinem Leben herausziehe und das aufpumpe beispielsweise nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel wir haben ja jetzt gerade die Fußball-Weltmeisterschaft und es gibt immer die Diskussion wer ist der größte Fußballer aller Zeiten man könnte jetzt theoretisch in den ganzen Spielen die Messi gemacht hat könnte man ein 10-minütiges Video machen von Fails wo er neben dem Ball tritt oder wo ihm jemand den Ball abnimmt oder wo er von einem Meter am Tor vorbeischießt und dann denkt man dann stellt man es so dar als wenn er der schlechteste Fußballspieler der Welt gewesen wäre ja das heißt weil wer viel macht und jahrelang dabei ist der macht doch hier und da Fehler und das ist das Problem okay liebe Geschwister dann wünsche ich euch was wollte ich nur kurz gesagt haben noch am Ende ich habe ja jetzt wieder den Livestream ich glaube seit gestern ist das wieder da da wollte ich jetzt öfter hier ja er hat ja jetzt ein wunderschönes Beispiel gemacht mit Messi nach dem Motto wir picken uns nur die schlechten Eigenschaften von Omar und Abu Bakr aus den Büchern heraus und vergessen dabei ihre super 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 Taten und dadurch verfälschen wir die Biografien dieser Persönlichkeiten was sagst du dazu Bruder Bruder also wir picken die schlechten Sahaber raus und nicht die schlechten Eigenschaften des Sahabers wir wissen wir wissen dass sie dass sie dass sie fehlbare Menschen waren und so dass sie alle Fehler machten wir picken die schlechten raus und wir zeigen die schlechten und was sie machen sie bringen die schlechten zwischen den guten damit sie mitverkaufen können damit sie sie mitverkaufen können das sind die faulen Äpfel die werden in die Kiste mit reingepackt und sagt hier niemals schöne Äpfel oben glänzen sie alle und dazwischen steckt aber Becker und Oma das was wir machen wir holen die schlechten Sahaber raus und sagen wir das sind die schlechten das sind die Tyranner und ihr dürft sie nicht gehorchen wer sie gehorcht gehört in die Hülle fertig wir helfen die Menschen und er sagt hier ist das möglich er redet hier von Logik ist das möglich dass das dass die 90 dass 90% der Sahaber abdrücklich werden ist das logisch ich habe dir einen Link geschickt Bruder wir können das auch hier einstrahlen und dann wir lesen das zusammen das ist ein Islamweb von Tafsir eine Sekunde wo sind die Leute was sagt das so Bruder nee sorry Bruder ich dachte ihr seid weg weil ich sehe nur noch mich und Hamza ah ok jetzt seid ihr da so bitteschön Bruder Herz so davor lesen wir in Surat Jumu'ah wie Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah hier schauen wir wie viel Prozent blieben auf Seite des Propheten oder in Gegenwart des Propheten als er dort eine Rede gehalten hat Surat Jumu'ah Allah subhanahu wa ta'ala sagt wortwörtlich zu diesen zu diesen Sahaba damals O die ihr glaubt wenn zum Gebiet gerufen wird am Freitag dann eilt zu Allahs Gedenken und lasst das Kaufgeschäft das ist besser für euch wenn ihr wisst Wenn das Gebiet beendet ist dann breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allahs Huld und gedenkt Allahs viel auf das es euch wohl ergehen möge Jetzt Allah entlarvt sich hier Und wenn sie einen Handel oder eine Zerstreuung sehen laufen sie dorthin auseinander und lassen dich stehen Sag was bei Allah was bei Allah ist ist besser als Zerstreuung und als Handel und Allah ist der beste Versorger So was sagt die Tafsir was sagt der Tafsir oder die Tafsir was sagen sie über diesen Vers hier wie viele Leute sind mit den Profilen geblieben wie viel Prozent wir wissen wir haben 124.000 Zahabe gehabt und hier sagt das ist die Seite von Islamweb wieder er sagt hier und wenn sie einen Handel oder Unterhaltung sehen rennen zu ihr oder zu ihnen das ist Sahih Muslim sagte er an Jaber ibn Abdillah Sahih Muslim überliefert über Jaber ibn Abdillah dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam stand eines Tages und hat eine Rede gehalten im Jau al-Jum'u Freitag und da kamen Händler aus Scham aus Damaskus und da rannten die Menschen zu ihr also zu diese Händler rannten diese Menschen bis bei den Propheten nur zwölf Mann geblieben sind das heißt nur zwölf Mann wie viel Prozent sind das er sagt ist das möglich ist das logisch dass das 90 Prozent er will nicht übertreiben und 95 sagen er sagt 90 abtrittig werden ist das logisch ja ist logisch hier ist der Prophet da und für sie für diese Menschen ist Handel also kaufen und verkaufen Teppiche oder irgendwas haben die Händler mitgetragen für sie ist das wichtiger als der Prophet selber der Prophet hält eine Rede er redet der Prophet hat einen direkten Draht zu Allah der Prophet vermittelt die Botschaft Allahs direkt direkt Jibril dazwischen du hast einen Engel du hast den Schöpfer und du hast den besten Geschöpf auf Erden steht vor dir und hält eine Rede und jemand hupt draußen hupt Eismann Händler Teppichhändler egal was und du lässt ihn stehen und rennst du dorthin das ist schlimmer als abtrünnig zu sein das ist schlimmer als abtrünnig zu werden das ist Abtrünnigkeit das ist Abtrünnigkeit wenn dir das wichtiger ist als der Prophet selber der vor dir steht und eine Rede hält Wallahi lieber liebe Sunnite Wallahi liebe Sunniten ich schwöre auf Koran wenn ihr in der Moschee sitzt und ihr hört einen Imam reden und da kommt ein Händler draußen ihr würdet diesen Imam niemals alleine stehen lassen und dorthin laufen das heißt ihr seid besser als diese Leute die ihr folgt das ist möglich Pierre das ist möglich dass 90% abtrünnig werden aber nichtsdestotrotz wir sagen nicht dass sie abtrünnig von Religion geworden sind wir sagen nicht dass sie abtrünnig von der Religion geworden sind ganz einfach das kannst du selber erkennen das kannst du doch selber erkennen wie viele Leute blieben mit Ahl al-Bait alayhum salam wie viele standen auf Fatimas Seite alayhum salam so das nennen wir Abtrünnigkeit wie viele standen auf Seite von Imam Ali alayhum salam wenn diese 124.000 Sahabe anwesend waren Zeugen waren als der Prophet gesagt hat wem ich sein Mawla bin so ist Ali sein Mawla und Allah sei mit Ali Ali ist mit Koran und Koran ist mit Ali Ali ist mit Haq und Haq ist mit Ali und die Leute gehen nicht mit Ali was bedeutet das was bedeutet das wenn das Ali Fatima und Subair und 12 Leute von den Sahabe nur bei Ali alayhum salam sich aufhielten und dort gestreikt haben gestreikt haben was bedeutet das nur 12 von 1000 von 124.000 halten sie halten das Wort halten sie halten sich an das Versprechen was sie dort in Radir geleistet haben so und blieben bei Imam Ali alayhum salam haben Imam Ali alayhum salam unterstützt und die wurden weniger und dann wurden die wieder mehr so jetzt wenn wir eine Überlieferung haben die besagt dass nur drei Leute hier standhaft geblieben sind so aber danach kamen die anderen danach kamen die anderen so jetzt wenn wir lesen jetzt was passiert hier geht das eine andere Überlieferung von Ad-Darkutni über Jabr ibn Abdillah er sagt als der Prophet sallallahu alayhum salam zwischen uns stand und hat uns die Rede von Jumu'ah gehalten da kam Händler mit Essen also mit Essen also sie haben sie haben Speisen mit gehabt passt auf meine Lieben passt auf damit sie euch nicht belügen und sagen nee das waren nicht 12 sondern 40 weil hier steht 40 der der das überliefert ist ein eine Person Jabr ibn Abdillah al-Ansari das ist eine Person einmal hat er überliefert ins Sahih Muslim dass das hier 12 waren und einmal überliefert er dass sie 40 waren aber diese 40 die waren woanders und diese andere Rede die der Prophet gehalten hat war auch ganz woanders das heißt einmal sind das nur 12 geblieben das heißt zweimal sind die zu den Händlern gerannt einmal zu den Speisen Verkäufer also einmal zu den Essen Verkäufer und einmal zu den Händlern sind sie gerannt einmal zu den Händlern sind nur 12 Mann geblieben bei den Propheten und diejenigen die zum Essen gerannt haben die Propheten stehen lassen waren 40 geblieben also nur 40 geblieben alle Sahaba hier jetzt nochmal eine andere Überlieferung sagt 8 8 Leute einmal 12 einmal 40 und einmal 8 also diese Überlieferung wird also zwischen 12 und 11 die zweite Überlieferung sagt 8 die dritte Überlieferung das heißt das zweite Mal waren nur 40 die geblieben sind in der Moschee wie viel Prozent sind 40 von 124 1000 das ist noch gut bei uns wenn wir sagen 94 oder 95 Prozent wir sind sehr gut wir sind gut dabei mit 95 Prozent aber wie viel Prozent sind die 12 von 124 1000 was ein Muslim jetzt ist wir gehen von hier die erste Klasse aus dass das nur 12 war also nicht 8 und nicht 7 und nicht 11 und nicht 40 obwohl das 40 jetzt hier was anderes mit gemeint ist warum was das ist das ist wenn es hat das ist das ist das ist das ist das ist Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie entblößt, indem er den Propheten währenddessen gesagt hat, und wenn sie eine Unterhaltung oder Handel sehen, rennen zu ihnen hin und lassen dich stehen. Mit den Propheten hat Allah subhanahu wa ta'ala, hier redet er mit den Propheten und sagt, lass dich stehen. Das heißt, er hat sie entblößt. So wie er sie überall in dem Koran entblößt, nachdem er sie lobt, entblößt er sie wieder. Das heißt, er lobt welche und entblößt welche. Er lobt welche und danach erzählt er dir, dass es da zwischen Munafirien gibt. Du musst aufpassen. Und wir haben die Aufgabe, euch diese Munafirien bekannt zu machen, weil ihr seid geblendet von der Lüge, von dieser gut verpackten Lüge, von solchen Predigern, seid ihr geblendet. Und deswegen haben wir eine Aufgabe, euch diese faulen Äpfel zu zeigen, damit ihr euch damit nicht vergiftet. Ja, Bruder, herzlich danke dir nochmal für dein Statement. Hast du noch die Kraft, ein anderes Video von Pierre Hofvogel durchzugehen? Kurz Video? Solange ihr dabei seid, Bruder, habe ich die Kraft. Wenn ihr sagt, Schluss, dann Schluss. Sehr schön. Dann mache ich mal, Sekunde. Also 76 ging, hat das berechnet. Das sind 0,032 Prozent. Also weniger als Alkohol. Bevor wir weitermachen, der Bruder Khalid Sheikh, ich glaube, er ist ein tunesischer Bruder, der ist seit zwei Wochen Schia geworden, schreibt er in den Kommentaren. Mal schauen. Und er schreibt, Gott sei Dank bin ich rechtgeleitet worden. Danke, Alkohol. Bruder Khalid, wir würden uns sehr, sehr, sehr gerne freuen, wenn du natürlich möchtest, dass du uns live deine Geschichte erzählst. Ja, ich werde jetzt mal den Link hier reinpusten. Und ich denke, jeder, jeder würde sich sehr freuen, dass du hier mal einfach mal uns erzählst, wie du rechtgeleitet wurdest, was der Hauptaspekt gewesen ist, etc. So, in dieser Zeit, in der sich der Khalid das vielleicht überlegt oder erst mal hört, machen wir das Video von Pierre Vogel. Dieses ganze, dieses ganze Belaber, die von dem hier, die zeigen dir, die Sahaba haben dies gemacht, die Sahaba haben das gemacht, die Sahaba haben das gemacht. Was ist das Ziel davon? Das Ziel davon ist zu zeigen, dass die Sahaba einen Fehler gemacht haben. Okay. Und jetzt hat irgendjemand von Al-Sunnah oder Al-Jamaah gesagt, dass die Sahaba keinen Fehler machen? Nein. Was dem, das Ziel dieser Leute ist einfach nur, die Dummheit einiger Leute, die sich Al-Sunnah zufragen, oder die Unwissenheit, sagen wir vielmehr, auszunutzen. Die denken, der Sahabi ist wie ein Prophet. Wie von Al-Sunnah oder Al-Jamaah sagt, dass die Propheten sogar Fehler machen können, aber sie werden von diesem Fehler, sie werden nicht auf dem Fehler beharren, sondern von dem Fehler Tauber machen, zum Beispiel wie Adam a.s. oder weltliche Sachen, dass sie bei weltlichen Dingen Fehler machen können. Aber die Botschaft, dass sie darin perfekt sind. Wenn die Propheten Fehler machen können und wenn Adam vom falschen Baum gegessen hat und die anderen Sachen, die die Propheten gemacht haben, wie ist es dann erst mit einem Sahabi? Das heißt, und das ist immer das Schema von Abelbildern oder von den Leuten, die an der falschen Meinung verfolgen, oder sehr oft. Das heißt, man setzt etwas in den Raum, man unterstellt Al-Sunnah oder Jamah, den Salafis, etwas, was sie gar nicht gesagt haben und dann fängt man an, diese Sache zu widerlegen. Mit irgendwelchen Aussagen. Zum Beispiel, hier, guck mal, wir haben Beweise, die Sahabi haben Fehler gemacht. Guck mal hier, Omnul Khattab hat das gemacht und der 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 hat den Fehler gemacht und der hat den Fehler gemacht. Hatte nie jemand gegen gesprochen. Wir sagen, alles klar. Die Antwort darauf ist ganz einfach. Wir haben nie behauptet, dass ein Sahabi keinen Fehler machen kann. Der Prophet, a.s. sagt sogar, jeder von so einer, jeder so einer sagt Fehler, die besten Fehler, die Tauwabun. Allah sagt im Koran, Allah liebt diejenigen, die sich reinigen und diejenigen, die Tauwabun machen. Das ist, von daher ist dieser ganze Punkt, dieser ganzen Punkt, wenn einer kommt, guck mal hier, wir haben eine Überliebung und der Sahaba hat das und das gemacht. Womit Zweifel geweckt werden sollen in der Adela von dem Sahabi. Beispielsweise. Alle diese Punkte, also in der Redlichkeit, in der, dass er ein guter Mensch ist, alle diese Sachen können wir mit einem Satz widerlegen. Punkt. Wir haben nie gesagt, der Sahabi ist fehlerfrei. Haben wir nie gesagt. Wir sagen, Ijma'u Sahaba ist ein Chujjah, ist ein Beweis, weil der Prophet, a.s. gesagt hat, meine Ummah kommt nicht auf einen Dallal auf einen Ökowig zusammen. Jetzt guck mal, andere Weg. Jetzt zum Beispiel Takfiris. Beispielsweise. Oder nicht nur Takfiris, sondern auch Leute, die dahin tendieren. Kommen wir mit der Aussage, Iman, ja, guck mal, Iman ist Kaul wa Amel. Und Etikat ist Glaube im Herzen, Taten mit den Körperteilen und Bespruch mit dem Mund. Und dann bringen sie, die stellen das so hin, die sind falsch, weil der Iman ist auch Taten. Und dann bringen sie tausend Beweise dafür, dass die Taten mit zum Iman gehören. Was sagen wir von vornherein, haben wir jemals gesagt, die Taten gehören nicht mit zum Iman? Dann wird gesagt, Tarkul Amel, Bilkul Liyya, Jinsul Amel, dass man keine einzige Tat macht, gehört zu Nawakadul Islam. Okay, wenn das so ist, was hat jetzt derjenige, der beispielsweise fastet, das Gebet macht und so weiter und so fort, aber der hat eine andere Sache gelassen, wo hat der alle Taten gelassen? Der hat viele andere Taten gemacht. Das ist aber ein Dödsinn. Genauso beispielsweise diese ganzen, wie zum Beispiel Ahlbash und Kur, die sagen, hier, guck mal, diese Leute sagen, Allah ähnelt seiner Schöpfung. Allah ähnelt seiner Schöpfung. Nicht nur, wir haben nie gesagt, Allah ähnelt seiner Schöpfung, sondern wir haben immer gesagt, dass Allah seiner Schöpfung nicht gleicht. Das heißt, alle diese Gruppen kommen immer mit diesem Schema. Die stellen eine Behauptung in den Raum. Die Al-Ussumma wal-Jamaati, die Salafis nie gesagt haben und dann kommen sie danach mit den Beweisen dagegen und wollen das dann als Beweis nicht, dass wir falsch sind. Was sie widerlegt haben, was sie widerlegt haben, sind nicht wir, sondern was sie widerlegt haben, ist ihre falsche Behauptung, die sie selber aufgestellt haben. Weder haben wir gesagt, dass Gott seiner Schöpfung ähnelt, sondern wir sagen, Allah ähnelt nicht zum Gehörigen. Weder haben wir gesagt, dass die Sahaber vollkommen fehlerfrei sind. Weder haben wir gesagt, dass die Taten nicht zum Iman gehören, sondern wir sagen sogar, dass das vollkommen unter der Lasten der Taten unmöglich ist für jemanden, der im Anerzumma hat. Das heißt, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, Bruderherz, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also jetzt normal, Alhamdulillah, ich sage, dass solche Menschen existieren. Ich sage es immer wieder, Alhamdulillah, dass solche Menschen existieren, die auf der anderen Seite stehen und uns angreifen. Das soll auch Klick machen bei den noch nicht rechtgeleiteten Sunniten. Schaut mal, welche Fehler die Propheten bei denen machen. Er sagt, bei uns machen sogar die Propheten Fehler, aber die beharren nicht drauf. Das heißt, sie hören auf, diese Fehler zu machen. Schaut mal, meine liebe Unterdenzuniten, welche Fehler der Prophet bei diesen Menschen machen kann. Das ist nicht anders als bei den Christen. Deswegen, für Pierre Vogel ist das normal, dass ein Prophet solche, wie ich das jetzt vorlese, Fehler macht. In Sahih al-Bukhari erstmal, in Sahih al-Bukhari, Hadith Nummer 2217 und Sahih Muslim Hadith Nummer 2371 und befindet sich in Abu Dawud und Tirmizi und Nisa'i und Ahmed und so weiter. So, diese Überlieferung wird von Abu Huraira geleistet. Abu Huraira war ein Schüler von Kabul Ahbar. Kabul Ahbar war ein Jude, der behauptet hat, dass er Muslim geworden ist und deswegen, das, womit sie uns vorwerfen, dass wir von einem Juden gegründet sind, passt zu denen in der ersten Linie. Das heißt, sie stammen, also ihre Hauptüberlieferer war ein Schüler von einem, von einem Rabbi, von einem, einem Gelehrten, einem jüdischen Gelehrten, nämlich Kabul Ahbar. Abu Huraira erzählt, dass Ibrahim a.s. hat niemals gelogen, außer dreimal. In drei Sachen hat er nur gelogen. Indem er gesagt hat, ich bin krank und er war nicht krank, indem er behauptet hat, dass Sarah seine Schwester sei und sie war nicht seine Schwester und indem er gesagt hat, der größte von den Götzen hat es gemacht, aber er war das nicht. Also er war das nicht, der das gemacht hat. Für uns natürlich, diese, das, was hier Abu Huraira überliefert, bis auf, dass er behauptet hat, dass Sarah seine Schwester sei, sie ist seine Frau gewesen. Die beiden Fälle befinden sich in dem Koran, aber wir haben eine ganz, ganz andere Erklärung von Ahl al-Bait a.s. die zu den Propheten passt. Bei Interesse können wir das erklären, inshallah. Also aber, was ich jetzt sagen möchte, welcher Mann mit Ehre unter euch Anwesenden, sei Christ, Jude, Shia, Sunni, Muslim, egal was, welcher Mann mit Ehre würde, würde seine Frau frei preisgeben, damit er sein Leben rettet. Wer, wer von uns Männer, wenn man ein Mann ist, wenn er sich in Gefahr befinden würde, würde sagen, nimm meine Frau und töte mich nicht. Wer würde das machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann mit Ehre sowas machen würde, aber angeblich Ibrahim hat das gemacht. Ibrahim. Wama adraka ma Ibrahim. Ibrahim Khalilullah. Ibrahim, er konnte in Gottes Reich schauen, das heißt, er konnte das Verborgene sehen, konnte er nicht sehen, dass der Herrscher ihn nicht töten würde oder nicht töten wird, konnte er nicht sehen. Wir schauen, die erklären das auch, die erklären das öffentlich, subhanallah, öffentlich, Durarnet, Durarnet, von Er macht eine Erklärung davon, natürlich, von den Schurrach, diese Überlieferungen. Er sagt, Das heißt, Ibrahim hat nur drei Lügen gemacht, also dreimal gelogen. Zwei Sachen, was Allahs Wesen anbelangt, indem er gesagt hat, ich bin Safat 89 und die zweite in Surat Al-Ambiyah 63. Und er hat eines Tages gesagt, als er mit Sarah unterwegs war, als er bei einem Tyrannen vorbeiging, der wurde diesen Tyrannen gesagt, hier läuft ein Mann mit einer Frau, die sehr schön ist, die schönste Frau zwischen den Menschen ist, nämlich Sarah. Das heißt, diesem Tyrannen wurde gesagt, dass ein Mann läuft mit einer schönen Frau, einer der schönsten Frauen unter den Menschen. Er schickte ihn über sie. Wer ist diese Frau? Er sagte, meine Schwester, Er ging zu Sarah und sagte zu ihr, es gibt auf dieser Erdoberfläche kein anderer gläubiger Mann oder gläubige Frau, außer du und ich. Und dieser Mann hat mich gefragt, ich habe ihm gesagt, dass du meine Schwester bist. Du sollst mir die Lüge gar nicht bezichtigen, du sollst es nicht verleugnen. Er schickte zu ihr, also dieser Tyranne schickte zu Sarah, als sie zu ihnen gegangen ist, er hat angefangen, sie zu betatschen. Das heißt, er hat mit ihr geschmust. Jetzt du Mann, du bist ein Mann und jemand nimmt deine Frau und fummelt an ihr. Mach Bettgebiet für mich bei Allah und ich mache dir keinen Schaden. Also ich studiere keinen Schaden. Dann hat sie Allah gebittet, dann hielt er sich zurück, dieser Mann. Dann hat er sie nochmal angefasst, so wie vorher oder sogar noch härter. Das heißt, er wurde noch frische. Er hat sie richtig betatsch hier. Fakala id Allah li wala ad ruki. Du sollst Allah hier für mich bitten und ich tu die kan schaden. Fad bat fad bat fad bat 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 diese schöne Geschichte von einem der besten Propheten Vater Das heißt, wir sind auf dem Weg, auf dem Milla von Ibrahim. Er nannte ihn auch Vater, Vater der Propheten. Er hat uns vorher Muslime genannt. Allah hat ihn auserwählt. Allah hat ihn imam für die Menschheit gemacht. Er selber verkauft seine Frau, damit er sein Leben rettet. Und er lässt zu, dass dieser Mann an seiner Frau fummelt. Jetzt, wie hat er gefummelt? Das weiß nur der Kuckuck und Abu Huraira. Vielleicht woanders steht das Haar, also noch genauer erklärt. Aber er hat einmal normal gemacht und das zweite Mal war noch härter. Das heißt, er ist weiter damit gegangen. Viel weiter. So mit seiner Frau geschmust, betatscht, angefasst. So. Allah hat sie natürlich gerettet, laut dieser Überlieferung. Aber was ist das für ein Fehler? Pierre Vogel sagt bei uns, er nimmt das so schön auf die leichte Schulter. Und sagt ja bei uns, sogar die Propheten machen Fehler. Ihr Muslime, glaubt ihr, dass sowas ein Fehler ist? Ist so ein Mensch, der das zulässt, nicht würdenlos, nicht ehrenlos? Er ist ehrenlos. Ohne Ehre. The Youth nennt man bei uns. Also so ein Mensch ist The Youth. Der Youth lässt zu, dass seine Frau angefasst wird, damit sein Leben gerettet wird. Und er sagt bei uns, Propheten machen Fehler. Was wollen sie damit sagen? Sie wollen nur die Propheten so schlecht darstellen, damit diese schlechten Menschen nicht gesehen werden. Also damit die schlechten Menschen, die sie folgen, nicht gesehen werden. Wenn man sah, wenn man sah oder wenn man gesehen hat, wie diese Herrscher von denen, die sie folgen und verehren, von den Sahaba geliebt haben, in welcher Sünde sie ertrunken waren, in welcher Sünde sie ertrunken waren, dann würde man, wenn man sowas liest, wenn man sowas liest, das gar nicht mehr sehen. Das heißt, wenn die Propheten selbst, wenn die Propheten sowas machen, nur schläft man seine Tochter. Zwei Töchter schläft mit der, also laut Bibel. So. Und Abu Huraira übernimmt solche Geschichten von der gleichen Quelle. Von der gleichen Quelle. Und womit verkaufen sie das? Mit Fehlern. Er hat Fehlern gemacht. Und der ist ganz frech. Abu Huraira sagt, nur dreimal hat gelogen. Abu Ibrahim a.s. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Die haben ihn gefragt, ja Rasulullah, würde ein Gläubiger sündigen? Er sagt, ja. Würde er hier klauen? Er sagt, ja. Würde er dies machen? Ja, Fehler machen? Ja. Würde er lügen? Er sagt, nein. Nein, der Gläubige lügt nicht. Aber hier der Prophet bei dir lügt. Dreimal. Und was für Lügen. Er sagt, zwei. In Bezug auf des Wiesens Gottes. Das heißt, über Gott hat er gelogen. Und einmal in Bezug auf seine Ehre. Er verkaufte seine Frau als Schwester. Damit er sein eigenes Leben rettet. Das ist die Antwort auf Biervogel und auf die Fehler seiner Propheten. Dankeschön, Bruder Herz. Ich war kurz draußen. Entschuldigung. Ja, dann gehen wir direkt ins Eingemachte. Das nächste Video. Wenn heutzutage einer kommt, und das ist alles bewiesen, er sagt dir zum Beispiel, Wenn du hörst, eine Person Umar verflucht, dann frage ihn, ein Umar, welchen Umar meinst du? Meinst du Umar ibn Ali ibn Abi Talib? Meinst du Umar, den Sohn von Ali ibn Abi Talib, den er Umar genannt hat? Am Umar ibn al-Hussein ibn Ali? Oder Umar, den Sohn von al-Hussein? Der ist der Sohn von Ali ibn Abi Talib war. Am Umar ibn al-Hussein? Oder meinst du Umar, den Sohn von al-Hussein? Welchen Umar meinst du? Oder meinst du Umar ibn Ali ibn Abi Talib? Oder meinst du Umar, den Sohn von al-Hussein ibn Abi Talib? Aha. Auch Umar ibn Musa al-Kawul. Oder wen meinst du überhaupt? Welchen Umar meinst du? Diese Leute haben alle ihren Sohn Umar genannt. Und wenn du hörst, dass einer Aisha, indem er sagt, sie ist im Höllenfeuer, dann frage ihn, welche Aisha meinst du? Meinst du Aisha, die Tochter von Jafar al-Sadiq, von dem ihr alle gelogenen Überliebungen? Wie hat er sie genannt? Jafar al-Sadiq? Aha. Abu Abdullah. Von dem alle Überliebungen sind. Seine Tochter Aisha genannt. Oder meinst du Aisha, die Tochter von Musa al-Kadim? Oder Aisha, die Tochter von Ali al-Riba? Die Schia wissen, welchen Namen das sind. Oder Aisha, die Tochter von Ali al-Hadi? Welche Aisha meinst du? Und wenn du hörst, dass jemand sagt, verflucht sei Abu Bakr, dann sagst du, welcher Abu Bakr? Meinst du Abu Bakr, der Sohn von Ibn Abi Talib, von Ali ibn Abi Talib? Ali ibn Abi Talib hat auch seinen Sohn Abu Bakr genannt. Oder meinst du Abu Bakr ibn al-Hussein? Oder meinst du Abu Bakr ibn al-Hussein? Welchen Abu Bakr meinst du? Maschallah, Bruder, die werden einfallsreicher. Die müssen sicher was einfallen lassen. Bevor du aber loslegst, wollte ich noch eine erfreuliche Nachricht mitteilen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Auch der Bruder Tunis, das ist der Bruder aus Bayern. Erinnerst du dich? Der Halbdeutsch und Halb-Tunesier, der Christ gewesen ist. Er ist Schia geworden, hat er gerade uns hier nicht geteilt. Und er schreibt auch, dass es erfüllt sich wie neu geboren. Und der Bruder, der marokkanische Bruder, der Khaled, auch er hat dann dazu geschrieben, das ist einfach ein anderes Gefühl. Das ist so erfreulich, wenn man so etwas sieht. Und wir sind ja vor kurzem erst Schia geworden. Und da macht es einfach Spaß, weiterzumachen, weil man sieht, dass diese Arbeit tatsächlich Früchte trägt. Ich will nicht wissen, wie viele Personen noch Schia geworden sind. Durch die Arbeit von uns, durch die Arbeit der Brüder, durch die Arbeit von anderen Organisationen, der Schiiten, wie auch immer. Ziel ist es, dass wir diese Leute recht leiten. Und ich glaube, wir sind alle wirklich auf einem sehr guten Weg. Aber Bruder, das ist ja auch kein Wunder, weil ich meine, es werden ja Milliarden auf diesem Weg ausgegeben. Wie wir beim letzten Stream mitbekommen haben, werden wir ja mit Milliarden unterstützt. Deshalb ist es okay. Ja, der Bruder Hamza übrigens, jeder, der Schia wird, der Bruder Hamza verteilt 5000 Euro. Ich schicke dir mein Konto gleich. Guck mal, die haben Koran auf den Straßen umsonst verteilt. Die machen jede Woche Infostand und die Leute stehen da acht Stunden lang ohne, ja, ich weiß nicht, irgendwie müssen die bezahlt werden. Oder, keine Ahnung, wie man sich das sonst leisten kann. Die haben noch die ganzen Riesenmoscheen hier in Deutschland. Die haben noch die ganzen Flyer, die überall rum gedruckt werden. Die haben noch die ganzen Internetseiten. Und wir sollen die Milliarden kriegen. Bruder Hamza, du kannst ganz kurz, wenn du möchtest, Abul Barah mal ganz kurz beerdigen. Ja, ich meine, das kann man natürlich, wenn man jetzt alles durchgehen würde, das würde länger dauern. Da kann man alles wieder liegen. Abgesehen davon, nehmen wir mit und wir sagen, alles hießen Aisha, alles hießen Omar und Abu Bakr. Jetzt, wenn jemand einen Mohammed verfluchen würde, dann würde ich ihm sagen, welcher ist der in der Disco dort am Tanzen ist oder ist derjenige, der am Kiffen ist oder ist derjenige, der am Alkohol trinken ist oder ist derjenige, der in sich eine Moschee aufhält. Das heißt, es gibt so ein Mohammed und so ein Mohammed und so ein Mohammed und so ein Mohammed. Es gibt so ein Omar und so ein Omar und so ein Omar und den wir verfluchen, ist bekannt. Wir verfluchen nicht Omar, Sohn von Ali, wenn er heißt Omar, er heißt nicht Omar, aber wenn. Wir verfluchen Omar und Al-Khattab, wenn wir verfluchen. Wenn wir Aisha verfluchen, wir verfluchen bestimmt nicht Aisha, Tochter von Ali Sajjad, sondern Aisha bin Abi Bakr, Tochter von Abu Bakr. Jeder Mensch wird entweder gelobt oder verflucht nach seinen Taten, nicht nach seinem Namen. Das heißt, ich verfluche nicht Aisha, weil sie Aisha heißt, sondern ich verfluche Aisha, weil sie gegen Imam Ali a.s. kämpfte, weil sie den Propheten sallallahu a.s. verraten hat, weil sie sich gegen den Propheten aufgelegt hat. Das hat einen Grund. So damit anzukommen und zu lächeln, so schäbig, und zu sagen, welchen meinst du? Diese, diese meinst du? Ich meine Aisha, Aisha wird Abu Bakr. Wenn ich Aisha sage, die schlechte Aisha und nicht die gute Aisha. Oder den schlechten Omar und nicht den guten Omar. Es gibt, immer wieder sage ich, es gibt gute Omar, ich habe auch Freunde, die Omar heißen, Sunniten. Das sind gute Menschen. Alhamdulillah. Die würde ich niemals verfluchen in meinem Leben. Niemals. Aber ein Omar, der Mörder war, ein Omar, der Fatima a.s. angreift, ein Omar, der Fatima unterdrückt, ein Omar, der so ist, ist ein verfluchter Omar. Deswegen, ich sage, es gibt verfluchte Omar und gelobte Omar. Gibt es gute Omar und schlechte Omar. Das ist jetzt die schnelle Antwort. Aber wenn wir jetzt das Ganze durchgehen, jeder Name hat eine Erklärung, weshalb sie so hießen oder wenn sie so gehießen oder geheißen haben oder geheißen haben. Das alles hat hier eine Erklärung. Damit anzukommen, um zu sagen, dass du im Recht bist, wie pleite kann man sein. Bruder Herz, Salam Aleikum, Bruder Senat. Kannst du uns hören? Aleikum Salam. Wie geht es dir, Bruder? Einmal auch, Salam Aleikum, Bruder Dennis. Du bist auch schon ein bisschen länger dabei. Es tut mir sehr leid, dass wir dich gar nicht gegrüßt haben, Bruder Herz. Es ging nur sehr heiß her, weißt du. Quatsch, Bruder. Ich unterbreche doch nicht, Ammo. Bruder Senat, schön, dich wieder hier zu sehen. Ich hoffe, es geht dir gut. Dein Sohn, besser geworden alles? Alles Gute, ich bin im Ausland, ich bin wieder nach Hause. Ich wollte nur ganz kurz in den Stimmen was sagen, weil ich habe dich gehört, wie du zu meinem Schick gesagt hast, dass er ihn beerdigen soll und es hat mir weh getan. Ich wollte ihn ein bisschen im Schutz nehmen. Und zwar, damit ich seine Ta'wil erkläre, was Abu Barra damit gemeint hat. Er will euch nur zeigen, dass diese Kinder, was er genannt hat mit Abu Bakr, mit Amr und Aisha, auch so hießen, wie die Kinder zum Beispiel eure Lieblinge von den Imamen. Und jetzt, wenn ich euch allen hier frage, komm, nennt eure Tochter doch Aisha. Ihr werdet alle sagen, nein. Und wenn ich sage, warum, ja, du hast vorhin gesagt, sie hat den Propheten verraten, sie hat das gemacht, sie war schlimm. Und eure zwölfe Mama haben das aber nicht so gesehen, wie ihr das seht. Sonst hätten die Kinder nicht danach genannt. Und jeder muss zu sich ehrlich sein. Und ich auch zum Beispiel, guck mal, ich bin kein Shia, ja. Ich bin kein Shia. Und wenn ich jetzt morgen Beispiel nochmal Papa werde, ich werde bestimmt nicht meinen Sohn Ibn Zeban nennen. Oder ich würde nicht meinen Sohn Schimmer nennen, weil ich Schimmer hasse. Also ich hasse wirklich Schimmer. Ubedullah bin Zihad Le'anatullah, sage ich jetzt mal. Ich würde ihn nicht so nennen. Oder ich würde ihn nicht Jesid nennen, weil ich den hasse. Und es ist für mich eindeutig gezeichnet, dass diese Leute nicht so schlimm waren, im Auge von den Ahlulbeid oder die zwölf Imame, so wie es für euch extrem die Leute aussehen. Ganz ehrlich, keiner würde das machen, ihre Kinder danach zu nennen. Weil jedes Mal, wenn du dann deine Kinder rufst, Aisha, sagst du, okay, Aisha, dann erinnerst du dich, Aisha, dass sie schlecht war und du gibst deiner Tochter alle schlechten Namen und der Prophet sagte, nennt eure Kinder mit schönen Namen, denn sie werden auch im Paradies danach gerufen. Überleg mal, du sagst, Aisha ist schlecht und im Paradies siehst du mit deiner Familie und die Aisha heißen. Weil der Prophet sagte, so wie sie die Dünja heißt, werden die auch im Paradies genannt. Und jetzt ich frage Omid, komm, du bist hier, morgen bist du Papa, nimm doch deine Tochter Aisha. Nein, aber du hast Vorbilder, deine Vorbilder haben sie doch so genannt. Deswegen, Ich hätte kein Problem damit, ganz ehrlich, ich finde den Namen sehr schön, aber ich würde bestimmt den Namen dann nicht mit Aisha nennen. Okay, dann musst du ehrlich sein, willst du mal wir deine Sohn nennen? Dann nenne ich dich doch auch schön. Sanat, Imam Jafar al-Sadr alaihi salam hat seinen Sohn Ubaidullah genannt. Und sie haben ihn gefragt, warum nennst du ihn Ubaidullah? Er hat gesagt, ja, Ubaidullah ist ein schöner Name. Soll ich mein Kind jetzt nur nicht so nennen, weil jemand, der so ein Malung war, sozusagen, so hieß? Ubaidullah al-Bin Ziyad war kein Schlechter. Er hat eigentlich mit nichts angetan. Ja, aber ich rede von Ubaidullah al-Bin Ziyad la'anatullahi al-Alai. So. Das heißt, damit du weißt. Sanat, Habibi, du sagst ja, du willst deinen Scheich verteidigen, aber was, wenn wir dir zeigen, dass dein Scheich dich mal wieder verarscht hat? Wieso soll er mich verarschen? Fällt es ja immer doch ein auf diese Leute, die dir irgendwas sagen und freust dich und lachst gerade. Aber was ist, wenn wir dir zeigen, dass dein Scheich gelogen hat? Dass der und der seine Tochter so nannte oder sein Sohn so und so weiter. Was ist, wenn wir das so richtig überprüfen wieder? Wir können euch jetzt mit Schierfälle sogar beweisen. Was könnt ihr? Dass sie so hießen. Und letztes Mal hat er auch Hamza Vortrag gemacht darüber. Wie bitte? Ich habe doch gesagt, ich bin jetzt nicht zu Hause, aber ich kann doch auch Schierfälle beweisen, dass die Kinder so hießen. Und du kannst es nicht ablögen. Letztes Mal hat er auch ein Video darüber gemacht, auch wenn die Kinder so hießen, hat es nichts zu bedeuten, aber ihre Taten sind nicht schlecht. Du musst richtig zuhören, was er sagt. Er hat gerade auch gesagt, selbst wenn sagt er. Aber er hat das nicht bestätigt da. Er hat einige Sachen genannt, die stimmen nicht. Ich kann mal überprüfen. Wenn seine Tochter nicht Aisha hieß, wie hieß sie dann? Fatima oder was? Von welcher Person redest du gerade? Meinst du, Bruder, wenn jemand von dem Imam seinen Sohn Omar nennt, bedeutet das, dass er Omar liebt? Ich habe jetzt nicht damit gemeint, dass er ihn liebt, sondern ich wollte euch nur sagen, wie könnt ihr dann eure Kinder nehmen nach den Namen eurer Feinde, auch wenn es ein schöner Name ist? Okay. Das heißt, bedeutet nicht lieben oder hassen? Nein, ich würde überhaupt meinen Feind seinen Namen nicht hören wollen. Nein, nein, du sollst dich mit Ahelbet nicht vergleichen. Wir reden nicht nur mit normalen Menschen, wir reden von Leuten, die eine Aufgabe haben von Allah und die muss eingesetzt werden. Ja. So, jetzt, wenn du sagst, wenn jetzt, warum sagt jetzt dieser Abul Barat, dein Sheikh, erzählt uns, dass diese Leute, diese Imame oder beziehungsweise diese zugehörten, die zu Ahelbet gehörten, ihre Kinder Abu Bakr oder Aisha oder Omar genannt haben. Warum hat er das erzählt? Aus Liebe, weil sie sahen Abu Bakr gut, deswegen haben sie diesen Namen gegeben oder aus welchem Grund? Kennt ihr den Grund? Na doch, wir kennen den Grund und wir benutzen diesen Grund auch öfters, wie ich vorhin auch gesagt habe, dass diese, die Ahelbet haben jeder sogar von euren Imamen habe Sunniten geheiratet und keiner hat einen Shiite geheiratet. Und ich überlege mal, viele zum Beispiel haben die Enkel zum Beispiel, der eine hat die Enkelin von Abu Bakr geheiratet, der andere von Omar und der andere von Osman und der andere von immer, die haben immer Kette gehabt von den Sahabern ihrer Frauen. Und die haben zum Beispiel von Abu Bakr seine Nichte war doch die Mutter von Jafar von Abu Bakr von Saddiq. Und jetzt haben sie eine Verbindung gehabt, du kannst doch keine Heirat mit einer Feinde machen. Moment, der Prophet hat Khadija geheiratet, sie war Hashimiyah, richtig? Ja, und er hat aber auch die Tochter von Abu Sufjan geheiratet, sie war Umawiyah. Ja. Aber die haben den Islam angenommen. Was heißt das? Wenn einer eine Hashimiyah heiratet, heiratet gleichzeitig die Tochter von Allahs Feind, Abu Sufjan. Aber die haben den Islam angenommen. Ja, und die anderen haben das Schiedentum angenommen. Schiedentum wird nicht im Koran erwähnt. Allah redet über Islam und Schieden. Aber du hast gesagt, Habibi, dass die Ahle keine Schieden geheiratet haben, sondern Sunniten. Und jetzt sagst du, Schieden gibt es nicht im Koran. Welche Schieden gab es denn? Du hast über Schiedentum gesprochen. Schiedentum gibt es nicht, es ist nur eine Erfindung. Von wem? Von Ibn Sabah? Nein, nicht von Ibn Sabah, nein, sondern von schlimmere Leute als Ibn Sabah. Von wem? Was war das gerade? Ja, echt krass. Von die Leute, die gegen Ahle und Bet waren, und ich will jetzt nicht darüber reden, das ist ein großes Thema, die Versprechen gegeben haben, aber nicht gehalten haben. Und wie hießen die Leute, die für Ahle und Zuniten? Die Namen interessiert mich nicht, weil du kennst auch nicht 124.000 Sahaba, ihre ganzen Namen kennst du nicht. Nein, nein, wie nannte man diese Leute, die für Ahle waren, nicht die gegen waren? Jeder hat jeder Person hat seine Anhänger Jeder Person hatte Schia gehabt. Diese Schia ist nur ein Begriff von einem Anhänger, zu wem du gehörst. Musa hatte Schia gehabt, die Ägypter, und andere hatte von Israeliten Schia gehabt. Wo hat Musa Schia gehabt? Woher weißt du das? Natürlich, weil das Schia Al-Ibrahim wird genannt, Schia Al-Nuh wird genannt, und warte, warte, in Surah Tuh Habibi, wo? Im Koran? Als Musa Al-Salam, der Mann eine Frau, ich sag's doch, als Musa Al-Salam. Ich brauche nur die Quelle, wo weißt du, dass Ibrahim Schia gehabt hat? Allah will doch Schia Ibrahim im Koran. Das heißt, es gibt Schia doch im Koran. Schia bedeutet Schia im Koran. Du hast Schiitentum geredet, du hast Schiitentum gesagt. Ja, Schiitentum heißt Schia. Nein, Mavia hat auch Schia gehabt. Ja, und diese Wort benutzt du nur, nein, diese Wort benutzt du nur, um die Leute zu zeigen, zu welcher Gruppe du gehörst. Ja, du hast gesagt, Ibrahim hat Schia gehabt, und ich bin von Schia Ibrahim. Wie hießen die Schia Volk? Schia Ibrahim. Ja, aber die haben doch einen Namen gehabt, zum Beispiel von Schia den Moser die Israeliten. Bist du Jude, dass du auch ein Schia bist? Nein, die Schia waren doch die Juden. Nein, die Juden waren nicht Schia von Moser. Von Moser die Schia waren doch Juden. Er hat die Tora gehabt. Guck hat Moser getötet. Guck mal, Moser hat doch die Tora gehabt und die die Tora geglaubt haben waren die Juden und Allah nennt Schia Tul Muser und wenn du sagst Schia Tul Muser wird in Koran genannt dann sind die Juden hießen nicht Schia Muser da waren welche von seinen Schia und welche von seinen Gegner von seinen Feinden deswegen will ich erklären dieser Begriff Schia bedeutet nur Anhänger und Anhänger zum Beispiel wir sind die Anhänger von Mohammed aber uns nennt Allah Und von wem bist du der Anhänger nach Mohammed und von wem bist du der Schia Ich bin von niemand der Schia Das heißt du folgst nicht Nein Allah hat mich Ummah von Mohammed Ja aber wenn Mohammed stimmt Dann bin ich auch die Ummah von Mohammed Wir sind alle Ummah Hast du keinen Führer nach Mohammed Hast du keinen der dich führt nach Mohammed Also wir haben nicht in der Zeit gelebt deswegen ich bin Schia Abu Becker Schia Ali gar nichts Schia gab sie und die sind weg Schia Das heißt er muss am Lieben damit du ihm folgst nicht mehr Wenn solange du nicht die Bär an Ali gegeben hast Das heißt er muss am Lieben sein damit du ihm folgst Wie folgst du Mohammed du warst da auch nicht Wenn du ein Schia haben willst oder sein Du sagst du folgst nicht aber du warst aber du warst auch nicht in Zeit des Propheten Wie folgst du den Propheten Wenn jetzt zum Beispiel du willst Schia haben dann müssen dich die Leute bestätigen dann hast du Schia Erst wenn die Leute zu dir kommen und auf deiner Seite sind und geben sie die Bär dann gehören sie zu den Schia du beschwägt automatisch aber wie erklärst du mir das ich folge Mohammed er ist doch nicht aber lieb aber Koran sagt dass wir ihm folgen und seine Söhne lebt doch aber du hast gesagt du folgst Abu Becker nicht weil du nicht in seiner Zeit gelebt hast ich nicht Abu Becker aber ich vertraue in die Überlieferung von dem ich bin nicht hier weil ich in seiner Zeit gelebt haben ja weil wir die Überlieferung vertrauen mit Ketten wir haben ja Ketten Überlieferungen zum Beispiel die Hawariyun gibt es nicht mehr wo sind die Ahl al-Beid wo ja wo ist Abu Becker ich hab doch gesagt weil er nicht mehr da ist da keine Schia mehr aber du hast gesagt du folgst nicht Ahl al-Beid weil sie nicht mehr da sind aber du sagst mir ich bin verpflichtet Ahl al-Beid zu folgen Allah hat mir nicht verpflichtet die Sahaba und die Ahl al-Beid zu folgen Allah sagt ich soll ethi Allah wa till Rasul geutscht Allah und den Propheten und Allah sagt und die 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 geladen unter euch wer unter denen du musst gucken zu welcher Zeit kam dieser Vers wen hat Allah angesprochen ja bin ich damit angesprochen ok wer sind die geladen hast du die geladen gehorchen ist was anderes aber Allah sagt im Koran direkt folgt Mohammed nein Allah sagt ist das Amr er sollt mir folgen sagen ja Amr ist ein Befehl ja und wenn Allah sagt Befehl kommt von wem Gehorchen nicht was anderes folgen nicht was anderes Moment 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 warte du springst immer von einem Thema als anderes du sagst er hat gesagt das heißt wenn ihr mich liebt so folgt mir das heißt er gibt dir ein Befehl ihm zu folgen richtig genau und es reicht mir warum gibt er dir ein Befehl aus welchem Grund weil Allah sagt er hat den Propheten schon ein Beispiel das heißt nur weil du Beispiel weil du ein Beispiel hast deswegen darf er dir ein Befehl geben oder wie er ist Befehlhaber oder nicht ein Befehlshaber ja ein Befehlshaber unter die Leute bei denen war der Prophet sallallahu alaihi wassallam und der Prophet ist für uns ein schönes Beispiel wie Allah sagt das heißt dieser Vers galt nur für die Sahabah doch weil Allah nennt mich im Koran das heißt dieser Vers gilt für dich auch dass du die Befehlshaber unter uns folgen musst oder nicht gehorchen musst aber wir haben keine Befehlshaber es gibt Verse die uns nicht ansprechen aber gibt die wie kann er von dir verlangen ein Befehlshaber zu gehorchen wenn dieser Befehlshaber nicht existiert aber wir haben doch kein Khalifa man hört nicht gut haben wir einen wir haben ihr habt nicht wir haben imam Mahdi spricht Allah die Sahabah und die Gläubigen an und dich nicht an gehörst du nicht zu den Gläubigen und jetzt gehörst du zu den Gläubigen oder nicht wo ist der kannst mir seine Nummer geben nein ich kann dir nicht seine Nummer geben aber ich kann dir Informationen über ihn geben dass er existiert Bruder bist du noch da Senat man hört dich nicht man hört dich nicht Bruder Senat dein Internet Ding was ist mit dem Internet man hört dich nicht das heißt wenn du ihn nicht siehst gehorchst du ihm nicht oder wie wo wo der iman von der Internet das ist mit dir was ist heute los hier Senat musst du ihn sehen damit du ihm gehorchst musst du ihn sehen damit du ihm gehorchst ja wird inshallah gleich wieder reinkommen Amu also du sagst vorhin der sagt ja aber die sind Muslime geworden du sagst ja und die sind Schia geworden ja aber gibt doch keine Schia woher weißt du das aus dem Koran da gibt so ein schönes Beispiel so kurz bündig und der kann rein ja liebe Geschwister dieser inshallah kommt der Senat jetzt gleich auch wieder rein dann können wir ja weiter führen das Gespräch mit ihm dieser Prediger ist vor neun Monaten sechs Monaten oder so wieder kurz aktiv geworden ich würde gerne dieses Video auch mal einspielen wie der Bruder Hamza sagt die Themen die die ansprechen die kennen wir alle aber das gibt Inspiration dafür um neue Sachen zu erwähnen ich kriege das immer wieder mit wie der Bruder Hamza dann auf einmal Dinge sagt die ich selber nicht gehört habe und das ist auch gut so ich lasse das mal laufen wenn jemand sagt die Sahabe sind kuffar und die Frauen von Propheten sind schlecht und der sagt Aisha hätte die Sünde begangen diese Person ist kein Moslem wir müssen unterscheiden heute wenn wir über Shia reden es gibt Shia der sagt der Unterschied zwischen uns und euch wir lassen unsere Hände fallen ihr in eure Hände so wir nehmen Madhab von Ja'far ihr nehmt die Madhab von Abu Halika aber der beschimpft nicht die Sahabe der redet nicht schlecht über die Frauen von Propheten der hat ja einige Fehler aber diese Person ist Muslim der macht Fehler okay aber wir können nicht sagen dass sie kein Muslim aber ein anderer sagt Sahabe haben den Koran gefälscht die Frauen haben ihn verraten der Koran ist nicht richtig Ali hat alles erschaffen Ali weiß alles Ali gibt euch euren Namen Ali hat den Propheten Mohammed in Sand als Prophet diese Person man braucht nicht viel zu denken dass man sagt diese Person ist Kafer deshalb wir müssen unterscheiden nicht alle Schia sind gleich wir müssen da hier unterscheiden Dann kommst du zu den richtigen Schiiten und versuch mal mit denen zu debattieren wir gehören nicht zu den Leuten die glauben dass Imam Ali den Propheten erschaffen hat da hast du schon uns ausgeschlossen von diesen Leuten hat er die Möglichkeit zu kommen und obwohl er hat uns anerkannt als Muslime das ist gut ein Fortschritt früher hat er eine andere Einstellung gehabt jetzt hat er uns als Muslime erkannt oder anerkannt worauf er sowieso kein Recht hat weil er muss erstmal selber anerkannt werden von den Muslimen von den richtigen Muslimen von uns aber er hat die Möglichkeit jetzt zu kommen und wir können ihm zeigen dass er auf dem falschen Weg total auf dem falschen Weg ist und dieser Weg geht nicht ohne ins Paradies das heißt du musst erstmal an der Hülle vorbeigehen also reinschauen damit du ins Paradies kommst das heißt den geraden Weg hast du nicht Habibi da kannst du bis Jomel Qiyama reden und die Menschen klassifizieren und Stempel geben wer Muslim und wer nicht ist aber erstmal überprüft mal ob du ein richtiger Muslim bist oder nicht also mehr kann man zu diesem Mann gar nicht sagen wir haben genug auf ihn geantwortet aber es ist ein Fortschritt hat er das nicht gesagt also sowas man hört dich nicht um was du gerade gesagt hast da habe ich jetzt ein Foto von der Minute gemacht damit wir das auch aus dem Video rausschneiden ja Bruder die Sache ist die ist uns natürlich allen aufgefallen wie viele Videos haben wir jetzt in den letzten zwei Streams von diesen Predigern laufen lassen und ich habe wirklich gesucht dass ich da was Neues finde nicht alte Sachen es ist immer dasselbe womit die angreifen das ist die ganze Zeit dieselbe Schallplatte die ganze Zeit unentwegt es ist nichts anderes immer dasselbe die beschimpfen die Sahaba die sagen Aisha hat Sinna gemacht die sagen dies im Ali ist Gott und was weiß ich er hat dies und das ist eigentlich alles Bullshit und so oft schon darauf geantwortet worden und leider Gottes gibt es heutzutage immer noch Menschen immer noch Zuhörer von diesen Menschen die sich manipulieren lassen und Inshallah werden wir damit aufräumen werden wir das Ganze so weit treiben dass deren Anhänger immer weniger werden dass ihre Moscheen nicht mehr befüllt sind zumindest nicht wenn die als Prediger dort herrschen Inshallah dass sie in Deutschland nicht den Islam vertreten dürfen Bruder die vertreten den Islam das ist das Problem aber wir haben Alhamdulillah sehr viele Fortschritte gemacht wenn man da diese Aussagen mit den früheren vergleicht früher haben sie verallgemeinert früher haben sie nie differenziert zwischen Schiiten die haben immer die Rafi angegriffen die Schiiten angegriffen und mit lauter Stimme jetzt reden sie so ganz bescheiden und sie werden immer leiser so das heißt wir haben den Spieß geschafft umzudrehen wir sind sagen wir nicht mehr in Verteidigungsposition und die befinden sich jetzt in der Verteidigungsposition und sie versuchen das Ganze so zu verharmlosen indem sie sagen ja es gibt solche Schiiten und solche Schiiten also ich kenne solche Schiiten nicht die das sagen was er sagt dass sie sagen dass das Ali hat den Propheten erschaffen und das das kennen wir nicht das ist wie gesagt eine Lüge die uns untermauert wird so dass man dass man hier uns vermeidet also den Kontakt mit uns vermeidet also vermeidet mit dem sagen wir aus Angst halber so dass wir zu diesen sogenannten Schiiten gehören aber ich sage wenn wenn man sich Zeit nimmt seine Einstellung von früher mit heute also vergleichen Pierre Vogel wie er früher gesprochen hat mit heute vergleichen all diese sogenannten Pseudoprediger oder was weiß ich wenn man wenn man das jetzt vergleicht wie sie heute wie sie heute reden wie sie früher sprachen das ist wirklich ein Himmel Erden Unterschied allerdings dann habe ich noch ein Video das passt auch zu dem was der Senat gerade gesagt hat mit Schia im Koran und dies und jenes ich mache uns das mal das ist ein englischer Prediger also englisch sprechender Prediger mit deutscher Untertitel ist auch kurz ist nicht so lang in Saudi-Arabia in the coming next month. You know what? When I told her that I'll be going to visit Dr. Zakir Nayak's speech, so she told, please don't go to him. He says bad about Shias. And she's a Shia, actually. So she told, no, don't go to him. And her mother-in-law also told, no, please you don't go. If you go to him, he will tell you bad about Shia and you will leave me. So that is the first doubt which I'm having my mind. Now, coming back to your question. The first question you asked that your fiancée, your fiancée or your wife? My wife. My wife. You only married her. And your wife told you not to come home to my lecture because I'm against Shia. And yet you disobeyed her. You know, you love me so much. I appreciate that. But you know why? The word Shia doesn't exist in the Quran. See, the Shia Sunni is not mentioned in the Quran. The Quran says in Surah Imran, chapter 3, verse number 103, Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We Muslims should hold to the rope of Allah strongly and be not divided. And Almighty God says in the Quran in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, that, O Prophet, anyone who makes sex in the religion of Islam, you have nothing to do with him. Allah will look after his affairs on the day of judgment. So making sex in the religion of Islam is prohibited. So anyone who divides the religion of Islam into sex, he's going away from Quran and Sunnah. So tell your wife that Dr. Zakir Naik said, there's nothing like Shia Sunni. Quran says, Atiyo Allah, Atiyo Rasul. Abhi Allah and Abhi the Messenger. What we have to do is we have to follow the Quran and the sayings, the authentic sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him. And the only label you can give is Muslim. So I don't call myself Shia Sunni, I call myself Muslim. So you say today to your wife, I met Dr. Zakir Naik who calls himself a Muslim. And I am neither against Sunnis or neither against Shias. I tell all the Muslims, whatever name they call themselves, come back to Allah and his Rasul. Now, when I give an answer, some of the Muslims who may be practicing things against the Quran and Sunnah may feel offended. So you ask your wife, are you following something against the Quran and Sunnah? If you're not, then why are you afraid of Dr. Zakir Naik? If you are, yes. You have to change and come back to Quran and Sunnah. Don't follow what Zakir says. Zakir is zero in Islam. Atiyo Allah, Atiyo Rasul. Abhi Allah and Abhi the Messenger. So tell your wife, if she's following anything against the Quran and Sunnah hadith, then she has to rectify herself. She should call herself a Muslim because the word Shia has no way mentioned in the Quran. But I do appreciate that you love your wife, but you love me also, mashallah. Therefore I have confirmed it. Also erstmal, diese Frau darf sich nicht Shia nennen, wenn sie einen Hindu heiratet. Das ist nicht erlaubt im Islam. Also bei den Shiaiten ist es nicht erlaubt, einen Hindu zu heiraten. Abgesehen davon, der Quran spricht dreimal von Shia, also zweimal von Surat al-Safat. Kann man mich hören? Man hört dich super. Einmal in Surat al-Safat und zweimal in Surat al-Qasas. Subhanallah, zweimal wird Shia erwähnt in dem Quran, aber nicht ein einziges Mal in dem Quran wird Sunnah oder Sunni, Sunnitentum erwähnt. Das ist sowieso eine alte Geschichte. Also so gesagt ist das nie von gestern. Das haben wir tausendmal erklärt. Und wenn man der Sunnah folgt, dann muss man auch sich von der Sunnah der Tyrannen fernhalten. Denn das widerspricht der Sunnah des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Die Sunnah, die er meint, ist nicht Sunnah des Propheten. Sie ist meistens von den Umayyaden entstanden. Sei es jetzt hier, Sahm al-Mu'alla faqlubuhum wurde geändert, Salat al-Tarawih wurde geändert, Zawaj al-Muda'ah wurde geändert. Das sind Sunnah, nicht Sunnah, nicht eine Sunnah. So, Quran sowieso können sie auch nicht folgen, weil sie unterschiedliche Erklärungen für den Quran haben. Sie wissen nicht, wie die Verse auszulegen sind. Und deswegen, sie können nur behaupten, dass sie dem Quran folgen. Jeder hat ein Verständnis für diese Verse. Und man kann sie nicht alle vertreten. Und man darf auch nicht ein Verständnis von diesen ganzen Verständnissen aussuchen. dann hat man selber irgendwie einen Weg gefunden, was von den Propheten sallallahu al-Mu'laikum nicht befohlen wurde. Weil der Prophet sallallahu al-Mu'laikum hat die Adresse gesagt, hat die Adresse bekannt gemacht, von wo wir die Sunnah nehmen. So, wenn er sagt, er folgt die Sunnah des Propheten sallallahu al-Mu'laikum von den Sahabern, die Sahabern haben sich gegenseitig in einem Buch widersprochen. Also, einer hat gegen den anderen gesprochen und hat einer den anderen der Lüge bezüchtigt. Die Hauptlieferanten der Sunnah bei denen, wie Aisha und Abu Huraira zum Beispiel und Abdullah ibn Umar, jeder hat den anderen der Lüge bezüchtigt. So, wie, wem folgen wir denn jetzt? Und das sind Überlieferungen, die authentisch eingestuft sind, wie in Sahihel-Bukhari und Sahihel-Muslim. Zum Beispiel, Abu Huraira in Sahihel-Bukhari überliefert etwas über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und wenn er nachgefragt wird, ist das wirklich von den Propheten, was du hier gerade sagst, weil du gestern was anderes gesagt hast, dann selber verrät er sich und sagt, nee, das ist aus dem Beutel von Abu Huraira. Das heißt, er hat einen Beutel gehabt und er hat aus diesem Beutel ab und zu was verbreitet und selber liebte in Taqiyah in der Zeit von Umar und sagte wortwörtlich, ich habe zwei Behälter von Wissen gehabt, eins habe ich zwischen euch verbreitet und eins habe ich versteckt. Würde ich, hätte ich das herausgegeben, dann würde diese Luftröhre nicht mehr bestehen. Das heißt, die würde durchgetrennt. Das heißt, Umar hätte ihn getötet oder die Muslimen hätten ihn getötet, weil er selber, weil sie ihn als Lügner betrachteten und er ist der Muhaddiz al-Sunnah, Hammamat al-Masjid nennen sie ihn. Das heißt, der Überlieferer der Sunnah, die Taube der Moschee, die Taube der Moschee ist Abu Huraira. Deswegen, ich sage, diese Leute, sie können nur gute Ware verkaufen, wenn sie schöne Titel tragen, zum Beispiel Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kitab al-Karim, Al-Quran, Al-Masjid und so weiter. Aber wenn man ins Detail geht, sieht man die Hörner des Teufels. Maschallah, das hast du echt schön gesagt, Bruder Herz. Ja, dann gehen wir direkt schon zum nächsten Video über, Pierre Vogel. Ich will nur den Makel, Freue, von euch entfernen, ihr Angehörigen des Hauses, also Angehörigen des Hauses des Propheten, und euch völlig reinmachen. Allah möchte euch, die Angehörigen des Hauses, die Makel entfernen, völlig reinmachen. Schiiten versuchen hieraus zu interpretieren, dass Ali, Fatima, Hassan, Hussein und einige Nachkommen von ihnen völlig makellos sind, keinen äußeren oder inneren Fehler machen, sündenfrei, perfekt sind für die Koraninterpretation. Erste Sache, steht das hier so? Steht hier nicht so. Steht hier nicht. Sondern das ist erst mal, was du in den Vers hinein interpretierst. Okay. Dann, wer ist mit Leuten des Hauses gemeint? Gehört Ali dazu? Ja. Gehört Fatima dazu? Ja. Gehört Hassan und Hussein, gehören sie dazu? Zu Ahlul Bayt vom Propheten Aleyhisselat Salaam? Ja. Aber wer gehört noch dazu? Schauen wir uns den Vers an. Schauen wir uns nur den Vers an. Ich will mich nur, damit wir nicht zu weit ausschweifen, mal, wir könnten einen Vortrag da über dieses Thema an. Aber schauen wir zu dem Vers an, wie der Vers anfängt. Der Vers fängt an, wa karna fi bujuti kun. Wa karna fi bujuti kun. Das ist im Arabischen eine Imperativform, fölul amr, für eine Gruppe von Frauen. Fölul amr, für eine Gruppe von Frauen. Damit fängt der Vers an. Aber Fatima ist nur eine Frau. Fatima ist nur eine Frau. Schauen wir, was davor in dem Vers beginnt. Gucken wir, wir gehen weiter. Wie bei, wie was wir eben mit den Modernisten gesagt haben, die sagen, Lekum dinakum waliyadid, wie ist man den Anfang? Die Surah heißt al-Kafirun. Guck mal hier, wie fängt der Vordervers an? Ja Nisa an Nabi lasst tunne ke ahad minan Nisa Oh, ihr Frauen des Propheten. Ihr seid nicht wie irgendwelche von den Frauen. Das heißt, wer gehört noch zu Al-Ul-Bait? Die Frauen des Propheten. Die Frauen des Propheten sind aber laut schiitischer Meinung zum großen Teil oder alle insbesondere Aisha und Hafsa vom Islam abgefallen. Sollte ich noch laufen lassen, Bruder? Oder willst du hier noch was schon zu sagen? Weil er hat hier schon einige Fehler und Lügen wieder. Und was hat er verheimlicht auch über die Frauen? Also der Koran hat er eingefallen. Ja. Also der hat hier zitiert, aber den anderen Vers, der das Ganze schon klärt, hier eingestrahlt, also gezeigt. Über ihn, über seinen Kopf stand den anderen Vers. Das heißt, wer von euch und Frauen des Propheten, wer von euch von einer Abscheulichkeit hervorkommt, mit einer Abscheulichkeit hervorkommt, das ist zusammenliez mit der Fehrsreis, oder mit der Slautit. So. Ich gehe einmal zurück. Ich gehe einmal zurück. kann man hier makellos werden. Wie können sie das sein, dass Allah den Makel von denen fernhält, wenn sie schon Makel enthalten. Das würde nichts bringen. Das heißt, sie sind nicht makellos grundsätzlich. Aber wenn der Prophet dazu gehört, dann kannst du nicht sagen, er ist mit Makel gewesen und ab dem Zeitpunkt ist er makellos geworden. Das heißt, diejenigen, die dort betroffen sind, haben eine Eigenschaft, dass sie makellos sind, aber sie müssen geschützt werden, dass sie nicht diesen Makel bekommen. Und deswegen wird diesen Makel ferngehalten. Deswegen sagt Allah und hat er nicht gesagt Min ist aus dir. Aus dir. Also aus dir entfernen. Also er hat das entfernen genannt. Das bedeutet nicht entfernen. Das heißt fernhalten. Also etwas fernhalten, schützen, heißt das immunhalten. So jetzt wenn wir das besprechen, was der Prophet selber, wie der Prophet selber diesen Vers erklärt hat, interpretiert hat, durch seine Taten. Also er hat diesen Umhang genommen und dann hat er diesen Vers erwähnt. Er ist sechs Monate lang nur zu Fatima und Ali und Hassan und Hussein gegangen und hat gesagt Schaut mal das Haus von Fatima ist in der Moschee neben dem Haus des Propheten Und alle Menschen wenn sie zum Bieten gegangen sind sind in der Moschee gegangen und Rasulullah bevor er gebietet hat ist er zu dieser Tür gegangen und hat gerufen sechs Monate jeden Tag überleg mal sechs Monate jeden Tag geht er an dieser Tür und erwähnt diesen Vers So eins das ist erstmal der erste Beweis damit das sitzt hat er das wiederholt gesagt er hat nicht ein einziges Mal er war nicht ein einziges Mal bei Aisha oder bei sagen wir bei einer anderen Frau der ist immer zu Ali und Fatima gegangen hat gesagt so Er hätte bei Aisha gehen können und sagen oder eine andere Frau mit ihren Kindern so jetzt diese Frauen sind grundsätzlich fällig mit Abschäuligkeiten das heißt also erstmal natürlich er hat sie hier gefragt wie sie sich entscheiden sollen ob Dunya oder Akhira oder sie mit den Propheten bleiben und sie kriegen von denen die gute Taten begehen einen großartigen Lohn das hat er sie gefragt also sie haben sich dafür entschieden hier Allah warnt sie O Frauen des Propheten wer von euch etwas klar Abscheulisses begeht derjenigen wird die Strafe zweifacht also verzweifacht und das ist Allah ein leichtes das heißt hier sieht man schon dass sie nicht fehlerlos sind so was würde das bringen jetzt wenn Allah den Makel von ihnen fern hält wenn sie schon den Maken enthalten also der Maken befindet sich in sie so der muss sie vor dem Maken schützen und das hat er mit dem Propheten gemacht er hat ihn vor dem Maken geschützt wir müssen immer wenn wir das verstehen wollen dann müssen wir wissen wer ist mit mit diesen wer unter er ist makellos zweitens wenn wir jetzt die Kinder betrachten Hassan und Hussein sie waren noch Kinder Kinder sind makellos grundsätzlich sind makellos grundsätzlich sind makellos Ali ist das hier Wesen des Propheten Allah nennt ihn Nafs al-Rasul das heißt in Surat Al-Ayat Al-Mubahala Anfusana nennt ihn Nafs Muhammad das heißt Muhammad selbst es gibt kein Rasulullah machte keinen Unterschied zwischen sich und Ali Fatima genauso Fatima ist ein Teil von mir das heißt alles sind makellos aber hier Frauen die wer von euch etwas klar abscheuliches begeht das heißt besteht die Möglichkeit dass sie das machen und hat das gemacht Rasulullah sagt jetzt O Aisha sei nicht abscheulich das ist Makel das ist Makel also die Übersetzer des Korans die Erklärer des Korans nennen Rijs alles was abscheulich ist das heißt Lügen ist abscheulich jeder Fehler ist abscheulich alles was du ablehnst als Mensch deine Natur ablehn ist Makel ist Rijs laut Mufassabin Kullu 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 Diese Frauen haben Kudara gehabt Aisha hat Kudara gehabt und hat weiter das betrieben diese Makel hat sie weiter und diese fachische diese abscheuliches 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 Taten hat sie weiter betrieben bis sie stahl laut ihre Überlieferung sie war abscheulich ist das nicht abscheulich Brust an den fremden Mann zu geben du gibst dem fremden Mann deine Brust und gibst du eine Fatwa an deine Nichten das sind junge Mädchen sollen ihre Brüste an den fremden Männer geben damit sie rein und raus gehen dürfen ist das nicht abscheulich dass ein Mann erzählt dass er bei Aisha seine feuchten träume gehabt hat was hat Aisha da gehabt was hat sie gehabt Aisha hat sie so einen Palast gehabt dass sie die Männer dort empfangen hat wobei wobei der 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 das sagt ist ein Medinenser er hat keinen Grund bei Aisha zu schlafen er kommt aus Medina wenn er Fragen gehabt hätte weil sie sagen sie begründen dass dass die Männer bei ihr waren mit dem Vers hier in dem Koran der weiter nach Ait Tathir kommt Vers 34 und gedenkt dessen was in euren Häusern von den Zeichen Allahs und von der Weisheit verlesen wird sie sagen das begründet warum die fremden Männer bei Aisha waren das heißt sie sind dort gegangen damit sie das hören indem sie die Frauen das gedenken also das gedenken dessen was in euren Häusern von Zeichen Allahs und der Weisheit verlesen wird das heißt das ist der Grund weshalb die fremden Männer bei Aisha gingen jetzt ich stelle die Frage die mit so eine billige Behauptung kommen dieser Vers kam in der Zeit des Propheten das das heißt waren die Männer bei Aisha und haben sie dort das Gedenken gehört haben sie dort die Erwähnung Gottes von Aisha gehört in Anwesenheit des Propheten Nein Allah sagt zu diesen Frauen zu diesen Männer wenn ihr etwas fragt also wenn sie zu Besuch sind in der Anwesenheit des Propheten und nicht so wie Bukhari das sagt dass Omar kommt zu Rasulullah und sagt ja Rasulullah das heißt oh Muhammad sagt es zu ihnen bei dir kommt der Frivler und der Gute hin ein also rein bei dir zu Hause du sollst deine Frau bedecken deine Frauen bedecken so und dann kam dieser Vers und wenn ihr sie nach etwas fragt dann fragt sie hinter einer Schleier sie sollen nicht über den Islam fragen in der Anwesenheit des Propheten wenn du bei ihr zu Besuch bist vielleicht brauchst einen Löffel die Frau steht gerade in der Küche oder steht in dem Dings hier neben dir und sagt sie gib mir einen Löffel das bedeutet hier und nicht dass sie hier den Koran unterrichtet das ist die Aufgabe des Propheten und weil dieser Vers in der Anwesenheit des Propheten herabgekommen ist kannst du das niemals so interpretieren dass die Männer dorthin gegangen sind damit sie den Koran von den Frauen hören so warum waren sie nicht bei den anderen Frauen wieso dort hat Musala niemandem erlaubt keinen fremden Mann erlaubt bei ihr rein zu kommen alle Frauen alle anderen Frauen haben das nicht erlaubt nur Aisha hat das erlaubt so was macht ein Medinenser warum schläft ein Medinenser bei Aisha und kriegt feuchte Träume wenn man das jetzt diese Überlieferung mit den anderen Überlieferungen kombiniert dass Aisha keine Hemmung sah über intime Sachen mit fremden Männer zu sprechen dann versteht man warum man verfeuchte Träume bekommt Überlieferung man kommt ein Mann bei Aisha und hört diese Geschichte von Abu Musa Al-Ash'ari was wir zusammen gehört haben als er sie gefragt hat wann ist ein Russel wajib dann sagte sie das heißt wenn er zwischen ihren vier Beinen landet der Mann zwischen ihren vier Beinen heißt das hier Hände und Füße sie beschreibt das haargenau und hier sagt Aisha hat wortwörtlich gesagt wenn das Glied in die Scheide hingeht überleg mal ein fremder Mann kommt und hier bleibt die Nacht bei Aisha und sie erzählt ihm diese ausführliche Erklärung diese abscheuliche Erklärung von den intimen Sachen bei dem fremden Mann dann verstehst du warum er mit einem feuchten Traum aufsteht so jetzt willst du will jetzt wir Vogel uns sagen dass diese Frau die so ist neben Fatima passt oder neben Ali passt oder neben Hassan und Hussein passt oder passt sie dazu dass sie makellos ist egal wie man das versucht obwohl dass wir dieses Thema so oft oder tausendmal besprochen haben aber jedes Mal kommt was Neues man merkt schon da kommt jedes Mal was Neues schau mal jetzt macht dir das bildlich vor stell dir das bildlich vor Aisha gehört zu den Leuten die rein sie ist rein so das heißt sie ist makellos sie hat keinen Makel ist das jetzt kein Makel was sie da erzählt den fremden Männer ist das kein Makel jetzt dass jemand empfängt der am nächsten Tag erzählt das auch er steht auf und sagt oder gibt es eine Überlieferung die interpretieren das anders das heißt Guss in Aisha viele sagen das kann nur das bedeuten ich will nicht so weit gehen viele nutzen das aus die können das auch begründen in Arabisch kannst du das auch so sagen das heißt damals hat man ohne diese selben geschrieben diese Worte so das heißt das Wort wenn du nazzelt du ich will nicht das benutzen auf jeden Fall es gibt welche die das machen aber ich mache das nicht weil ich glaube nicht dass das stimmt was da über sie überliefert wird weil das bei uns nicht existiert wenn das bei uns existiert dann glaube ich das auch aber das existiert nicht diese Sachen das was in Bukhari und Muslim authentifiziert wird nach meinem Wissen habe ich noch nie in unseren Büchern gelesen noch nie wenn jetzt jemand kommt und sagt doch das existiert bei uns dann glaube ich das aber bis jetzt glaube ich nicht ich glaube dass das über sie gelogen wird damit der Prophet damit schlecht gemacht wird aber nicht desto trotz das würde nicht dazu passen dass Aisha oder irgendeine andere Frau egal auch wenn sie gut ist wie Musalama sie ist eine Frau die mit Makel ist also keine keine abscheulichen Taten oder so Musalama hat das nicht so aber sie hat Makel das heißt sie macht Fehler und sie könnte Sünden begehen aber nicht so wie Aisha dargestellt wird sie würde dazu nicht passen abgesehen davon der Prophet hat fortwörtlich zu ihr gesagt nein du gehörst nicht dazu und das ist die beste Frau nach Khadijah in unseren Augen die beste Frau ist Musalama nach Khadijah und wir verehren diese Frau aber trotzdem Rasulullah hat sie davon ausgeschlossen diese Menschen die immer zu dem Koran greifen nennen sich Ahlus Sunnah und Jama'ah diese Menschen die lieben in Widerspruch auch mit ihren Namen die nennen sich Ahlus Sunnah aber sie wenden sich von Sunnah ab wenn das um die Wahrheit geht das heißt es geht hier um die Wahrheit wir wollen über die Wahrheit sprechen dann klammern sie an den Koran bist du Koranist oder bist du Sunnite du nennst dich Ahl-Sunnah du bist nicht Koranist du nennst dich nicht Ahl-Quran du nennst dich Ahl-Sunnah und Jama'ah so obwohl das auch keine Erklärung aber aber wenn das wissen möchte was der Prophet gesagt hat was der Prophet erklärt hat wendest du dich davon ab auf einmal bist du Koranist und dann fängst du an hier den Zusammenhang weil dort Frauen steht das bedeutet Allah spricht hier nur über Frauen er hat sofort geändert er hat grammatikalisch gesprochen und gesagt hier feminist hier wird feministisch angesprochen in Mehrzahl in dem Allah sagt oder beziehungsweise hat er das erwähnt das heißt hier haltet euch in euren Häuser auf hier hat er sofort aufgehört weil er wusste wenn man weiterliest durch Grammatik kann man feststellen dass damit jemand anders gemeint ist als die Frauen das heißt nicht die Frauen sondern jemand anders so dann braucht man die Sunna damit man weiß warum ist das auf einmal maskulant weshalb wird hier in mehrzahl erwähnt dann greift man zu den Sunna zu der Erklärung Herabsendungsgrund auf einmal sind die Koranisten diese Menschen deswegen ich sage diese Menschen sie spielen mit dem Feuer wenn sie uns versuchen anzugreifen vor allem wenn sie mit unserer Akhida spielen wenn sie anfangen hier damit zu wühlen also hier zu wühlen dann spielen sie mit dem Feuer sie verbrennen ihre Finger und wir sorgen dafür dass diese Finger weiter verbrannt werden bis sie rechtgeleitet werden oder sie irgendwann mal vernichtet das heißt wer gehört noch zu Alul Beit die Frauen des Propheten die Frauen des Propheten sind aber laut schiitischer Meinung zum großen Teil oder alle insbesondere Aishon Hafsa nach vom Islam abgefallen das heißt dieser Vers den ihr hier benutzt ihr beachtet den Kontext nicht ihr interpretiert Sachen rein die dort nicht stehen es hat keine Grundlage was haben wir noch gesagt Koran mit Koran interpretieren womit was erst wir schauen uns den Kontext an dann schauen wir uns auch den ganzen Koran an wie eben bei welchem Vers suche 6 Vers 82 wo Allah sagt Sura 31 Vers 13 Vers 13 schlagen wir mal zu einem anderen Vers im Koran auf was stand hier nochmal das stand Allah will gewiss nur den Gräuel von euch entfernen die Angerung auf eurem Säuse und euch völlig rein machen rein machen Gräuel entfernen rein machen Gräuel entfernen von wem kommt der Gräuel in der Regel vom Schaitan richtig jetzt lesen wir mal Sura 8 Vers 11 ich lese euch vor als er die Schläfrigkeit über euch kommen ließ als Gefühl der Sicherheit von ihm und vom Himmel Wasser herab sandte um euch damit zu reinigen was haben wir hier in Sura 33 Vers 33 und er möchte euch völlig rein machen hier um euch zu reinigen dann und das Unheil des Satans von euch zu entfernen was haben wir hier Gräuel zu entfernen hier Unheil des Satans zu entfernen wer ist hier in Sura 8 Vers 11 gemeint Bruder Herz er scheint sich nach elf Jahren immer noch nicht entwickelt zu haben den Fehler hat er vor elf Jahren auch schon mal gemacht aber hier hat er aufgepasst und nicht die beiden Worte Riges und Riges nochmal verglichen das stimmt also hier hat er aufgepasst ich glaube er hat schon die Antwort gesehen ich glaube schon er hat diesen Fehler nicht wiederholt aber er will hier mit Sagen dieses reinhalten das heißt reinigen oder reinmachen darauf fokussiert er jetzt aber er vergisst hier in Sura 11 in Sura 8 Vers 11 Allah SWT sagt mit Wasser weinen er will sie mit Wasser weil sie hier feuchte Träume hatten die Sahaba die er folgt so sie waren sie haben geschlafen auf jeden Fall als Erschläfrigkeit euch überkommen ließ als Gefühl der Sicherheit von ihm und Wasser von Himmel auf euch herabsandte um euch damit zu reinigen aber womit hat Allah SWT den Propheten gereinigt mit Wasser als er unter den den Umhang war ja der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ließ Ali Fatima Hassan Hussein mit ihm unter den Mantel sitzen und er wurde rein sagen wir wir lachen nach seiner Interpretation ja womit mit Wasser oder womit also Tathira dort die Tahirakum Tathira hier was sagt die Tahirakum Bihi das ist ein Unterschied also wenn er Koran auswendig lernt ist es nicht damit gemacht das Ganze dann braucht er noch Unterstützung und deswegen ich hoffe dass wir uns irgendwann mal treffen dass man hier über die Genauigkeit dieser Worte hier spricht also in Surat Vers 33 sagt Allah SWT Liutahhirakum Tathira so er betont Tathir dort zweimal aber hier in Surat Al Anfal sagte er das heißt mit Wasser rein sie waren körperlich unrein geworden weil sie feuchte Träume hatten durch den Satan der Satan kam in Traum man sagt auch Satan hat mich besucht wenn man wenn man diesen diese feuchte Träume sieht man sagt dieser Nacht hat mich der Satan besucht sagt man so in Arabien das heißt das kommt von Schaitan diese Träume ich weiß nicht was der Schaitan bei Aisha gesucht hat so auf jeden Fall diese Sahaba die waren ermüdet statt zu kämpfen sind sie eingeschlafen und Allah SWT ließ Wasser vom Himmel fallen damit sie sich rein duschen weil da gab es kein Wasser so und dann diesen Unheil des Teufels von denen entfernt das heißt dass sie feuchte Träume hatten und sie müssen rein duschen rein waschen brauchten dafür Wasser und damit wurde dieses Unheil entfernt bedeutet nicht dass sie jetzt Masumin geworden sind dass sie Masumin jetzt sind worauf er hinaus will natürlich er will sagen wir jetzt haben Masumin nein ja weil du den falschen Vers hast hier würden die Sahaba mit Ahlbet gewesen unter diesem Umhang dann wären sie auch Masumin aber waren sie nicht die Frauen auch nicht sie wurden davon ausgeschlossen Ahlbet wurden mit diesem Umhang eingeschlossen alles andere wurde ausgeschlossen und deswegen nur die unter diesem Umhang waren sind mit diesem Vers betroffen niemand anders jetzt wer gehört zu Ahlbet alle Frauen Onkel Cousins gehören alle zu Ahlbet aber Ahl Albet Ahl Alkis Al Tahira Al Tahira gehört zum Beispiel Onkel Abbas nein er gehört nicht dazu woher wissen wir das Sahi Muslim Sahi Muslim Zaid Ibn Arqam wurde gefragt gehören die Frauen dazu sagt nein nein die gehören nicht dazu so in anderen hier an anderen Stelle sagte sie gehören dazu aber damit ist wer gemeint diejenigen die die Sadaqah nicht nehmen dürfen und die Frauen haben Sadaqah genommen so das heißt Sadaqah war nur gegen diese Menschen sie dürften keine Sadaqah nehmen so dafür haben sie Chumus bekommen von Allah das heißt wenn du wenn du sagst du bist Sunni und du folgst der Sahaba du wendest dich von Sayyid Ibn Al-Kam ab du wendest dich von der Sunni ab und du kommst und du willst den Koran interpretieren mit falschen Versen vergleichst du Äpfel mit Birne hier vergleichst du Äpfel nur weil dort in bestimmten Versen in bestimmten Zeilen äh 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 ähnliche Worte hervorkommen Tatir ist nicht gleich Tatir du kannst dich rein machen mit Wasser du musst dich reinigen wenn du bietest so aber wenn Allah dich reinigt ohne zu sagen dass er das mit Wasser macht das ist was anderes ja Allah will dich mit Wasser reinigen deswegen lässt er dich Wasser bekommen durch Wasser Hahn oder so Allah möchte das würde er das nicht wollen er lässt dich nicht ans Wasser so aber inwiefern reinigen körperlich deswegen brauchst du was du brauchst Flüssigkeit für deinen Körper und das ist Wasser so aber jetzt unter dem Umhang womit hat Allah den Propheten in der ersten Linie gereinigt wenn er unrein gewesen wäre womit das bedeutet dieses das ist die kontinuierliche hier reinmachung das heißt der Prophet ist immer und immer wieder rein sei es mit Wasser oder ohne Wasser wie zum Beispiel der Prophet sagt schließt alle Türen in der Moschee bis auf die Tür von Imam Ali schließt alle Türen pass auf liebe Geschwister was der Prophet hier sagt schließt alle Türen bis auf die Tür von Ali die Überlieferer sagen keiner durfte die Moschee betreten in seinen Junub Zustand außer Ali Das heißt wenn du Junub bist also wenn man unrein ist in Anführungsstrich jetzt unrein wenn man feuchten träumen hat oder wenn man Geschlechtsverkehr hatte und nicht sich reinigt mit Wasser man nennt diese Person Junub du sagst ich bin Junub ich muss duschen ich muss waschen keiner durfte die Moschee betreten außer Ali in Junub Zustand keiner und das bedeutet die Reinheit von Ahl al-Bait alayhum dass sein Junub Zustand bedeutet nicht dass er unrein ist wie du und ich und Rasulullah sallallahu alayhum und das Haus von Ali alayhum ist gleich das Haus von Fatima und Hassan und Hussein alayhum salam und deswegen durften die Sahaba keiner von denen durfte eine Tür in der Moschee haben sondern sie haben andere von der anderen Seite ihre Häuser ihre Türen aufgemacht das heißt sie durften nicht in der Moschee die Moschee betreten wenn sie unrein sind weil das ist die wahre unreinheit die die Sahaba betroffen hat und Ahl al-Bait alayhum salam selbst wenn sie Junub waren gilt diese Unreinheit von den Sahaba nicht bei denen das ist der Unterschied zwischen dieser Unreinheit und jawohl wir machen weiter dieser Vers jetzt gehen wir nämlich wieder zur Sunnah gehen zur Aussage der Sahaba ist im Kontext der Schlacht die Sohe 8 ist im Kontext der Schlacht von Badr offenbart worden das heißt laut eurer Meinung die Sahaba die Kufar geworden sind über die wird dasselbe hier praktisch gesagt über die wird dasselbe gesagt dass sie gereinigt werden und das Unheil des Satans von ihnen entfernt werden das heißt was können wir den Schiiten sagen mit ihrem einzigen vernünftigen Beweis oder den vernünftigsten Beweis den sie bringen können ihr beachtet den Kontext nicht und ihr nehmt nicht den ganzen Koran in diesem Fall und ihr lest etwas in dem Vers hinein was dort nicht steht ihr nehmt dann ein Hadith aus Bukhari der den Vers erklärt wo der Prophet sie unter so eine wie so eine Decke genommen hat Hassan Hussein Fatima und Ali gesagt hat die sind Al-Ul-Beid wir haben gesagt wir sagen nicht dass die nicht Al-Ul-Beid sind wir sind der Meinung dass Fatima Hassan Hussein und Ali Al-Ul-Beid sind wir lieben die aber wir sind nicht die einzigen von Al-Ul-Beid die Frauen des Propheten sind auch von Al-Ul-Beid und die lieben wir auch Bruderherz was ich jetzt bevor du dein Statement gibst wie kann es sein dass er den Hadith von Bukhari der Hadith Kisar kennt aber Seyd ibn Aram das kennt er nicht ich meine weil das ist ja der Tafsir letztendlich zu diesem zu diesem Koranvers also Seyd ibn Aram hat der Tafsir von den Hadith gemacht Hadith Also da wurde er gefragt wer ist mit Al-Ul-Beid gemeint deswegen hat er ihn eher nicht erwähnt ok habe ich verstanden aber nichtsdestotrotz hat doch dieser dieser Gefährte des Propheten hat doch in dieser Zeit hat er doch letztendlich genau gesagt wer zu der gereinigten Al-Ul-Beid gehört und das steht bei denen doch auch in Bukhari oder nicht ja also schau mal wenn der Prophet sallallahu alaihi salam über Ahlul-Beid geredet hat mit einem bestimmten Zweck also mit einem bestimmten Ziel oder beziehungsweise für eine bestimmte Aufgabe dann wurden da Ahlul-Beid differenziert das heißt wurde zwischen Ahlul-Beid und Ahlul-Beid differenziert und das hatten die Sahaba so verstanden wenn er zum Beispiel gesagt hat und dass man an sie sich halten muss mit dem Koran das ist eine Aufgabe das heißt wie halte ich mich an Ahlul-Beid wie halte ich mich an den Koran halte ich mich an den Koran indem ich an den Riegel des Korans halte an die Gebote und Verbote des Korans halte und Ahlul-Beid genauso weil der Prophet sie mit dem Koran verglichen hat hier wurde der Sayyid Ibn Al-Kam gefragt obwohl das Muslim sehr viel mit dem Hadith gespielt hat warum wie wissen wir das Muslim mit dem Hadith gespielt hat wie können wir wissen indem wir diesen Hadith mit der gleichen Überlieferung von Sayyid Ibn Al-Kam in anderen Sihah Sittah oder anderen Büchern das heißt die gleiche Überlieferung der kann nicht zweimal was anderes gesagt haben so vergleichen das heißt Sayyid Ibn Al-Kam hat nur eine Aussage geleistet er hat nicht zwei Aussagen geleistet er hat nicht zweimal anders unterschiedlich gesprochen oder dreimal oder viermal sondern er hat nur einmal was gesagt so aber in Sayyid Muslim findest du sie anders formuliert damit man nicht daran glaubt dass man sich an Ahl-Bet hält warum weil er er macht so eine so eine Erklärung dass der Prophet gesagt hätte als er den Koran erwähnte dass man dass er hat über den Koran übertrieben geredet und lange über den Koran geredet und gesagt so dass man sich an den Koran hält und und dann sagte er und dann sagte er so und dann sagte er und meine Familie und meine Familie und meine Familie ich erinnere euch an meine Familie ich werde euch an meine Familie erinnern und so in anderen Büchern in anderen Werken was Aussage ist von den gleichen Überlieferern hat er nicht so gesagt das hat lange über den Koran geredet und und hier betont und das weiß ich und dann hat er gesagt nein hat nicht so gesagt diese Erklärung zusätzliche Erklärung ist von Muslim und nicht von Said ibn Al-Qam hat nur gesagt ich hinterlasse euch zwei schwerwiegenden gleichgewichtigen Dinge wenn ihr euch dran haltet werdet ihr nicht in die Irre gehen das Buch Allahs und meine Familie ich erinnere euch an meine Familie ich erinnere euch an meine Familie ich erinnere euch an meine Familie so hat er gesprochen in den anderen Werken im Muslim gibt es eine Lücke gibt es so eine Erklärung dass er so lange über den Koran geredet und uns befohlen uns an den Koran zu halten aber was Ahl al-Bid anbelangt meinte er dass wir sie wie Sanat das verstanden hat dass wir auf sie aufpassen müssen und sie gut behandeln und so das meinte er aber nicht an denen Halt das wollte nicht sagen so hat Muslim das Ganze verdreht so das ist sowieso ein anderes Thema was ich sagen will zu dieses Wort in Surat Vers 11 wir lesen die unterschiedliche Übersetzung zum Beispiel die Übersetzung von Aburida steht nicht von hier Unheil des Teufels sondern steht was von Befleckung also denn er ließ den Schlaf als eine Sicherheit von ihm auf euch niedersinken und er sandte Wasser auf euch aus den Wolken nieder um euch damit zu reinigen und Satans Befleckung von euch hinzweg zu nehmen das heißt sie hatten die Befleckung gehabt wie diese Befleckung die auf den Mantel des Propheten war ihren Propheten so wir haben die Befleckung gehabt und damit das weg geht hat Allah es regnen lassen so und hier steht Befleckung andere Übersetzung steht Unheil das ist alles das gleiche aber das ist nicht der Makel was in Surat Al-Ahzab ist Makel ist Lüge Makel zum Beispiel Fehler sind Makel alles was 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 so aber hier wie gesagt also er versucht das Telbis nennt man das Telbis wenn du wenn du zum Beispiel Blech vergoldest glänzt wie Gold aber Blech bleibt Blech er macht hier was Telbis er macht die versuchte Telbis zu machen verkleidet er dass diese Eigenschaften von Ahl al-Bed ist Gold und diese Sahabah sind Blech weil sie sich hier anderweitig beschäftigt haben sodass sie feuchte Träume hatten dass sie das nötig gehabt haben gereinigt zu werden und deswegen haben sie dieses Wasser bekommen da soll er nicht damit ankommen ja mit dem Video sind wir heute Abend auf jeden Fall zu Ende mehr habe ich nicht vorbereitet für heute Abend ich denke das ist auch ich weiß nicht wie die Zuschauer das sehen ich denke es ist aber ziemlich effektiv denn wenn diese Prediger nicht zu uns kommen wollen nicht mit uns sprechen wollen dann holen wir einfach ihre Vorträge hier hervor und antworten darauf live beziehungsweise du Bruder Hamza und letztendlich ist das für uns wie eine Debatte ja denn wenn sie dann die Möglichkeit wenn sie das Ganze sehen und die werden sich mit Sicherheit diese Videos anschauen haben sie immer noch eine Möglichkeit darauf zu antworten in Form von Videos ja vielleicht ist das der erste Schritt dass da mal ein Dialog entsteht Bruder Dennis wie siehst du das Ganze du hast wenig gesagt heute oder ich sage das was Hamza sagt oder alles gleich ohne blind folgen nicht viel schnackern gut ist Bruder ja ich habe wir sehen wir sehen hier ein Schnacker der schreibt irgendwas gegen uns und gegen Bruder ich schreibe dich ein Wort wir sehen ja ein Schnacker dieser Kanal ist nur auf Lügen aufgebaut ich weiß nicht hab Mut und zeige uns bitte schnack mal ein bisschen hier zeige uns wo wir lügen zeig mal bitte was genau ist die Lüge hier hast du den Link ich habe den Link jetzt veröffentlicht sehr gerne bist du herzlich eingeladen komm hoch spreche mit uns vielleicht kannst du uns aufklären ich meine Bruder Hamza ganz ehrlich diese ganzen Prediger der Sunniten die gehen doch live wer jetzt mal ganz ehrlich und diese Frage ist gerichtet an alle sunnitischen Zuhörer gibt es bei euch gibt ein Prediger euch die Möglichkeit während er live geht öffentlich den Link zum live kommen und egal wer es ist das heißt er stellt sich einfach den Menschen der ihm was zu sagen hat ob Schia ob Christ ob Atheist ob Jude ob Sunnite egal wer kann live kommen und kann die Möglichkeit nutzen das was er denkt loszuwerden hier der Nawan sagt Aisha Omar Abu Huraira nur die Besten werden angegriffen dein Omar war derjenige der deinen Abu Huraira hier als Feind des Islams betitelte und ihn auch unter anderem kaputtgeschlagen hat so dass er wie eine Memme geflämmt hat der Abu Huraira wie sind sie jetzt beide die Besten also wir löschen keine Kommentare definitiv nicht wir sperren höchstens Leute die hier beleidigen Mino du Held warum wer hat das geschrieben warum löscht du Kommentare Mino du Held achso achso ja natürlich lösche ich Kommentare auf TikTok wenn blöd sind oh nein wer ist das ich wollte nur fragen warum habt ihr keine Hinweise keine Indizien dafür dass das mit Al-Umbed alle gemeint ist ihr habt keinen Beweis wenn ich zum Beispiel jetzt vor 10.000 Jahren gelebt habe und jetzt komme ich 2023 und Gott sagt zu mir lese den Koran und ich lese den Koran und Gott fragt mich dann wer ist mit Al-Umbed gemeint dann würde ich sagen die Frau des Propheten ich hatte keinen Hinweis ich hatte keinen einzigen Hinweis dass damit Ali gemeint ist oder Fatima gemeint ist keinen einzigen Hinweis ich würde ich würde nicht mal auf die Idee kommen dass das mit Al-Umbed Ali gemeint ist oder Fatima gemeint ist verstehst du was ich meine warum könnt ihr Schieden nichts aus dem Thema beweisen ihr könnt eure Aussagen über Aisha nicht beweisen ich verstehe gar nicht was ihr schicken wollt wollt ihr dass die Suditen an Bukhari glauben oder wollt ihr dass sie nicht glauben weil wenn ihr sagt wenn ihr sagt wartet nur einen kleinen Moment wenn ihr sagt ihr sagt ja hier folgt warum glaubt ihr nicht daran verstehst du das was sollen die jetzt glauben sollen die jetzt an die Suditen glauben oder sollen die jetzt an den Koran glauben weil wir jetzt wenn wir jetzt nur nach dem Koran gehen dann gibt es keinen Hinweis für Ali und Fatima also keinen Hinweis dass mit Al-Umbed Ali gemeint ist es gibt keinen Hinweis also keine Beweise keine Indizien kein Indiz nicht mal Indiz verstehst du was ich meine oder woher kennt der Junge Aisha ja das ist kein Problem wir reden jetzt nicht über Aisha wir reden jetzt über Aisha ist der Koranit woher kennst du Aisha aber wir reden jetzt nicht über Aisha wir können nicht Aisha mit Ali vergleichen du kannst nicht Aisha mit Ali vergleichen du sagst Ali ist der Teiler von Himmel und Erde du sagst Ali entscheidet am Jungs wenn die Hölle kommt und ins Paradies kommt das heißt Ali ist sehr wichtig für euch Schiiten woher kennst du Ali woher kennst du Aisha woher kennst du Ali wer sind das Leute ja aber es geht jetzt nicht um Aisha warum lenkt ihr immer vom Thema warum springt ihr so weg warum läuft ihr weg bleibt Aisha sagt uns wer damit gemeint ist das das Ding wer bist du verstehst du das du musst alles was du sagst über Aisha aus dem Koran beweisen ja okay andere Frage hör mal zu jetzt wer bist du Aisha gibt es doch nicht im Koran guck mal ihr sagt doch ihr Bukhari lügt und mussten lügen aber warum benutzt ihr dann Bukhari und mussten als Beweis gegen Aisha im Koran steht man darf nicht Bukhari und mussten als Beweis nehmen gegen Aisha weil sie lügen ihr sagt doch Bukhari lügt oder nicht lügt Bukhari oder lügt oder sagt Bukhari die Wahrheit wenn Bukhari die Wahrheit sagt warum benutzt ihr dann Bukhari als Beweis im Koran steht man darf Bukhari nicht benutzen ich suche 24 Bruder Manfi du hast recht das sind zu viele Themen auf einmal ich wollte einfach mal einmal sehen ich wollte gerne sehen ob du deine Hausaufgaben gemacht hast und scheinbar ist das nicht passiert Bruder Herz wir sehen uns inshallah beim nächsten Mal also diejenige die uns gesagt hat wer damit gemeint ist wie gesagt Aisha selbst Aisha selbst sagt uns wer damit gemeint ist mit der Suche ich frage mich das immer wieder wie kommt die immer so weil mir ist aufgefallen die Koraniten immer so Aisha am Schutz Aisha am Schutz aber woher kennen sie Aisha Bruder der Typ sagt er ist Imam Meti er sagt er ist Imam Mahdi sozusagen und in keinem Wort im Koran steht über Imam Mahdi ich weiß gar nicht wovon er erfahren hat dass er in Mahdi das wundert mich wirklich also wirklich jetzt wie die immer auf Aisha kommen wenn das Koraniten sind wenn die nur an Koran glauben oder auf Ali oder sonst wegen die kennen die doch normal müssen die sie doch gar nicht kennen Bruder seine Adresse steht auch nicht im Koran warum geht er nach Hause wie findet er sein Zuhause er denkt auch der Koran ist die einzige Quelle die es überhaupt gibt oh Gott wie sagt wie sagt der Sheikh Hamza immer oh Gott ich werde diese Szene nie vergessen als er das gesagt hat zu dem Sufi-Tänzer Ismail oh Gott also ich weiß was du meinst er sagt der Moment wo man gemerkt hat er Hamza lacht sich gerade tot wo es um Munafit und Muschrik und ja ja genau davon haben wir auch ein extra Video gemacht davon hatten wir auch ein extra Video genau Bruder Hansel wir haben hier wir haben hier eine Frage von einem Bruder möchtest du drauf noch eingehen bevor wir die Runde schließen ich habe ich habe viel Moment 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 was ist das nicht wo ist das hier Bruder Hamza ich wollte fragen ob die Evolutionstheorie mit dem Islam vereinbar ist und wenn ja kannst du das ausführlich erklären mein Bruder du bist stumm Bruder jetzt Entschuldigung ich sage ja es gibt sehr viele Fakten die miteinander kompatibel sind also und gibt es viele da wo man sagt hier hört das Ganze auf also wenn man jetzt mit Evolution versteht dass man dass der Mensch aus aus Nichtmensch entsteht das widerspricht dem Koran denn Allah sagt das heißt die Anfang der Schöpfung des Menschens fing aus Erde an das heißt gleich von Erde Mensch und nicht hier erst Fisch und dann Kriechtier und dann irgendwann mal Affe und dann Mensch dieses Verständnis ist falsch ist übertrieben falsch aber was anderes jetzt kann man natürlich sagen ja kann man schon machen man kann das vergleichen also es gibt sehr viele die mit dem Islam vereinbar ist wie das weitergeht die ganze Entwicklung des Universums und so dass das zum Beispiel Himmel und Erden auch eine Masse waren und sowas und andere Evolutionen also die auf anderen Wesen beziehen kann man sagen ja gibt es aber der richtige sagen wir Ansprechpartner dafür ist Bruder Bruder Amir er hat sich lange damit beschäftigt und er hat auch mehrere Videos bei uns in El Batul gepostet diesbezüglich aber wie gesagt es gibt sehr viele Muslime wissenschaftlich begabt also naturwissenschaftlich jetzt gesagt die auch sehr viele Sachen vergleichen können und so und zeigen dass wirklich das mit dem Islam vereinbar ist aber dann müssen sie auch die Theorie für sich sagen wir uminterpretieren also an vielen Punkten ich habe das beobachtet habe ich gemerkt ja man kann diese Aussage von von Darwin und so so verstehen oder aber auch anders verstehen und so weiter und so fort deswegen es macht keinen Sinn jetzt das zu sagen ja das stimmt hundertprozentig oder nicht weil die die Wissenschaftler selber haben haben diese Theorie dann am Ende auch wieder liegt so und das bleibt Theorie Vermutung und man kann das gar nicht belegen man kann nicht das auf ganze sagen wir Zeit von Zeit her alles nachholen und feststellen ob das wirklich so war oder nicht wir gehen von Koran aus und nicht von Theorien und was mit dem Koran übereinstimmt akzeptieren wir und was gegen den Koran spricht lehnen wir einfach ab und wir müssen nicht wir brauchen keine Unterstützung wir brauchen keine keine Bestätigung weder von von Darwin noch von irgendein ein Wissenschaftler diese diese Verse in dem Koran sprechen für die Zeichen Allah für die Kuffar selber das heißt wir werden unsere Zeichen ihnen im Horizont und in ihnen zeigen das heißt solange zeigen bis ihnen das bewiesen wird dass das die Wahrheit ist deswegen sie entdecken und sie suchen und sie finden heraus und sie sehen die Zeichen sie sehen die Zeichen und das ist für uns nur eine Bestätigung das heißt wir kriegen nur eine Bestätigung aber das bedeutet nicht dass wir diese Bestätigung brauchen damit wir den Koran beweisen nein andersrum ja sie brauchen eine Bestätigung von dem Koran wir sagen Allah hat gesagt und wenn wir sagen Allah hat gesagt da zählt kein Darwin und niemand das hast du wunderschön gesagt das ist der Fehler den viele machen die Wissenschaft nehmen und sagen ja damit ist das bestätigt weil die Wissenschaft hat sich im Laufe der Zeit immer wieder korrigiert auch mal widerlegt es gab Theorien die irgendwann mal fester Bestandteil der Wissenschaft waren und dann aber wiederum diese Theorie widerlegt wurde und wenn man das macht dann könnte man in 100 Jahren sagen ja das wurde dann widerlegt hat man dann den Islam widerlegt oder was also die Wissenschaft als Maßstab für den Islam zu nehmen da muss man vorsichtig sein genauso wie du es gerade gesagt hast genauso man bestätigt auf der anderen Seite man sagt der Koran sagt das dadurch könnte die Wissenschaft richtig sein nicht andersrum also wir glauben egal was sie erreichen was sie entdecken wenn das nicht den Koran unterstützt widerlegt den Koran gar nicht also bis jetzt hat nichts den Koran widerlegt also alles was sie entdeckt haben entweder hat uns bestätigt oder gar nicht widersprochen das subhanallah alles was sie entdeckt haben könnte der eine oder der andere Wissenschaftler der Islam Wissenschaftler ist auch gleichzeitig könnte das hier kombinieren sagen ja hier das passt zu diesem Vers und das könnte das bedeuten zum Beispiel was soll ich sagen Erdbeben die Platten die sich bewegen und so dass zum Beispiel der den einen Koran Vers und sagt hier wir machen die Berge als Rawassia und der interpretiert dieses Rawassia mit den Erdplatten und wenn sie sich bewegen und mit der Zeit werden höher und irgendwann entsteht ein Berg oder was weiß ich oder dass die Berge den Balance der Erde hält und all diese sagen wir wissenschaftliche Entdeckungen kommt ein wie zum Beispiel Zahrul Najjar oder Kuhail oder die anderen Wissenschaftler oder hier von Jemen der der ist der Beste unter denen Cheikh Abdel Hamid Zandani also er macht natürlich andere also hat sehr viele Forschungen und er ist selber ein Naturwissenschaftler gleichzeitig auch ein Islamgelehrter und er macht perfekte Gleichnisse zwischen erreichte Wissenschaft also keine Theorie sondern richtige praktische Wissenschaft das heißt was man in die Praxis umsetzt sozusagen dass man nicht mehr sagen dass das eine Theorie ist sondern man kann das umsetzen zum Beispiel Erdanziehungskraft oder dass Allah in dem Koran sagt dass er alles in Maße erschaffen hat er vergleicht zum Beispiel er geht in die Tiefe des Menschens bis zu dem Dickdarm und er sagt wie das funktioniert mit der Bewegung des Mondes und so weiter und so fort also wunderbare Gleichnisse macht er und man kann sagen ja das bringt mehr Glauben mehr Bestätigung für uns natürlich man freut sich ja auch aber man soll nie davon ausgehen Jahr wir sind auf Wissenschaft angewiesen damit wir den Koran beweisen so wie zum Beispiel bei den Christen man kann zum Beispiel Wissenschaft hat die Bibel widerlegt aber mit dem Koran hat Wissenschaft gar nicht geschafft entweder haben sie etwas entdeckt was wir bis jetzt vielleicht nicht in dem Koran herausfinden können oder was sie entdeckt haben was wir mit dem Koran vereinbaren können beides widersprechen nicht dem Koran das was wir bestätigen durch den Koran bekommen oder was was sie selber durch die Praxis hier nachweisen können genau so sieht es aus ja liebe Brüder ich danke euch dass wir heute Abend wieder beisammen gewesen sind vielen vielen Dank dass ihr zugeschaut habt die Brüder die jetzt und die Geschwister die jetzt hier heute Abend dabei waren es war meines Erachtens eine sehr schöne Runde sehr sehr qualitativ Bruder Hamza ich danke dir nochmals dass du heute haben wieder Zeit für uns genommen hast und hier war es Bruder Mino Bruder Dennis vielen vielen Dank und Inshallah sehen wir uns alle am Mittwoch wieder pünktlich oder auch ein bisschen verspätet circa 20 Uhr Inshallah und ich versuche Inshallah Hamza das nächste Mal auf TikTok aufzukriegen Inshallah Salam Alikum liebe Geschwister Salam лив Walaikum warahmatullahi wabarakatuh.